Okay, let's go! Zeit für einen Heldenhaften Anführer, der der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen kann. Zeit für einen neuen, großen König. 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 Mein Gott, das sind bestimmt die schwarzen Ritter, die schon unsere Nachbarn dafür überfallen haben. Dinge, die nie erklärt werden. Wieso kann Dario durch die Augen seines Falken sehen? Und wieso konnte man jetzt hier am Anfang nicht direkt Dario sprechen lassen? Er hat ja schon in der Cutscene gesehen, was Sache war. Und die Armee, die hier vorhin reingemarschiert ist, ist auch nicht vorhanden. Das sind jetzt, glaube ich, nur noch drei Dudes. Oh ja, hier stimmt, der Epilepsie-Button. Angriff! So, er haut bitte mal ab. Könnt ihr bitte an Dario hängen bleiben? Aber gern. Natürlich. Ja, aber das war so ein Ding. Wieso haben wir so ein übernatürliches Element hier, nachdem man alle anderen Elemente dieser Art von Siedler 3 und 4 rausgenommen hat? So, die sind alle hier. Also, mich stört hier am Anfang einiges. Ich weiß, dass einer der Devs auch, also, dass der Guybrush mal meinte, er findet den Anfang auch nicht gelungen, weil du direkt kämpfst. Ich finde das erste, so erstmal Dario ist viel zu stark am Anfang. Das ergibt Sinn, wenn er später seine Rüstung hat, aber ich finde, hier hätten sie ihm für den Anfang weniger HP geben müssen. Aber dann hätte man einfach sagen müssen, schick ihn hier hin und nutze seine Fähigkeit. Dann hättest du direkt dem Spieler mit den Heldenfähigkeiten vertraut gemacht. Okay, es dauert tatsächlich ewig, bis das von selber weitergeht. So, wir haben nichts für die Bräs hier zu tun. Das heißt, ihr könnt schon mal rot leben. Holz ist kein Thema. Sobald wir einmal Albeigene kaufen können, aber leben ist ziemlich langsam. In Ordnung. Ja, mein Gott. Dario. Gut, dass ihr kommt. Die schwarzen Ritter, die unser Dorf angegriffen haben, treiben noch immer ihr Unwesen. Sie scheinen etwas zu suchen, das sehr wertvoll für sie ist. Aber was kann das sein? Nun, Dario, ihr solltet Talgrund beim Wiederaufbau helfen. Diese Verbrecher haben ja ordentlichen Schaden umgerichtet. Eure Burg ist euer Stützpunkt. Diese müsst ihr halten. Und seid auf der Hut. Die Räuber sind noch in der Gegend. Ihr braucht unbedingt Soldaten. Auch empfiehlt es sich euren Nachbarn, einen Besuch abzustatten, um zu beratschlagen, wie man der Gefahr Herr werden kann. Ach ja, Dario. Einige der Dorfbewohner haben sich mit ihren Sachen hier bei mir versteckt. Jetzt, da die Lage erstmal sicher ist, können sie euch beim Wiederaufbau des Dorfes helfen. Nicht so schlimm bei Aufstehen als Königreich, bei dem Add-on. Ja, das habe ich nicht gespielt, aber das klingt gerade, wenn du sagst, es geht um, dass der ganze Punkt ist, dass die falsche Göttin da eine Hochstaplerin ist. Das klingt für mich ein bisschen nach der einen... Es gibt eine Star Trek-Folge dazu. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnimmt. Das können wir noch nicht. Ah, wen haben wir denn da? Ihr seid Dario, stimmt's? Mich nennen sie Leonardo, den Erfinder. Habe mir hier vor kurzem eine kleine Werkstatt eingerichtet. Gefällt sie euch? Ja, wäre schön, wenn man sie selber bauen könnte. Nun, Herr, ich habe natürlich von den Überfällen gehört. Und, wenn ihr ein offenes Wort erlaubt, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Ich habe kürzlich einen Turm konstruiert, von dem aus man einen tollen Blick hat. Lässt einen weit blicken, sozusagen. Hier, nehmt die Konstruktionszeichnungen. Damit können eure Leibeigenen bestimmt etwas anfangen. Großartige Erfindung. Ein fucking Aussichtsturm. Das Gebäude, also das, glaube ich, mit eines der nutzlosesten Gebäude im ganzen Spiel, oder? Weil den Stein am Anfang zu investieren, für ein Gebäude, was nur Vision gibt. So, das kann ich auch mit meinen, äh... Das kann ich auch mit, äh, Dings erreichen. Mit meinen Helden und meinen anderen Einheiten. So, Vision kriege ich aus genug Orten. So, wo ist der Lehmschacht? Stein gibt es hier? Ich dachte, der Turm wird wenigstens Pfeile verschließen. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch früher mal gedacht. Und wurde dann schnell enttäuscht. Wo ist hier Lehm? Wie... Dario, ihr seid's? Gut. Habe schon von den Schwarzen Rittern gehört. Schlecht. Da muss Eric für Ordnung sorgen. Gut. Der ist gerade in Crawford. Schlecht. Stelle euch aber ein paar Schützen zur Verfügung. Gut. Braucht ihr mehr Hilfe? Das ist schlecht. Denn dann müsst ihr mich entlohnen. Und zwar sehr gut. Ich habe das so fest gedacht, dass ich tatsächlich ein paar Minuten kleine Geschosse gesehen habe. Ja gut, die gibt es ja auch, wenn du, äh, wenn du, äh, Dings, ähm, wenn du die Glocke läutet. Das ist auch so ein Age of Empires Element, was irgendwie einfach übernommen wurde. So, die Map ist ja nicht super riesig. Hier ist noch ein Siedlungsplatz. Sehr gut. Für jeden Fall, dass, äh... Ich finde, ehrlich gesagt, mit einem Siedlungsplatz, ich finde, die hätten das ein bisschen anders skalieren müssen. Weil ich finde, mit einem Siedlungsplatz eine einigermaßen vollständige Siedlung aufbauen ist nicht drin. Der Tag der Abrechnung steuern und sollte... Der Rekord liegt bei fünf Minuten auf der Karte. What? Ja gut, du kannst wahrscheinlich direkt mit den Truppen, die du am Anfang kriegst, einfach rushen, ne? Jetzt denn sein muss... Gut. Äh, was sagt die Missionsuhr? Okay, wir haben jetzt schon acht Minuten, aber wir sind ja auch mit den ganzen Abend rumlaufen. Ja, wir haben einmal Bogenschützen. Wir kriegen, glaube ich, gleich nochmal Schwertkämpfe for free. Dann doch, äh, kann man... Dann kann man direkt den Banditen rushen wahrscheinlich, ne? Natürlich. Ein bisschen Sequence-Breaking hat ja noch niemandem geschadet. Wenn's denn sein muss... Eben auf der anderen Seite des Flusses. Ja, wahrscheinlich, ich dachte... Aber hier oben ist ja auch irgendwo der Gegner, deswegen bin ich da noch nicht lang. Also ich denke mal, für den Speedrun würde ich der Bottleneck sein, wie schnell Dario sich bewegen kann. Seid gegrüßt, Dario. Wir haben von dem Überfall auf euer Dorf gehört. Schlimme Zeiten sind das, seit die Schwarzen Ritter die Gegend unsicher machen. Ich hab keine Idee, was oder wen sie suchen. Aber ich will euch gerne helfen. Geht mir etwas Eisen und ich stelle euch einige Trupps von unseren Schwertkämpfern zur Seite. Sie kämpfen sehr tapfer und sind euren Speerträgern deutlich überlegen. So, was will er von mir? Gut. Seid gegrüßt, Herr. Habt ihr auch schon von den Überfällen der Schwarzen Ritter gehört? Die machen das ganze Tal unsicher. Mein Munkels, sie hätten irgendwo in den Bergen ein Lager. Ja, danke für die Info. Ich hab dir total viel gebracht. So, ich hab aber am Anfang noch kein Eisen. Aber ich denke mal, ich kann wahrscheinlich mit Dario einfach die Gegner kiten und dann mit dem Bogen schützen, ne? Komm, probieren wir mal aus. Speedrunstrats hier. Dann bauen die schon mal die, trotzdem schon mal die Lebengrube. Ähm, ist das jetzt schon anders, die kontinuierlich bauen? Weil ich sehe gerade keine Option dafür. Huch, nein. Seid unbesorgt. So, jetzt müsste er theoretisch, wenn es funktioniert. Ne, wir brauchen nicht automatisch weiter. Dann nimmt seine Arbeit in einer Miene auf. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. Seid gegrüßt, Herr. Ihr solltet nicht zu tief in den Talgrundwald gehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Dort habe ich gestern Nacht Stimmen gehört und Lichter gesehen. Wer weiß, was für üble Gestalten sich dort rumtreiben. Wir erledigen das. Ähm, ja super. Hat sie ihn sorgt dafür, dass die nicht weiter bauen? Jawohl. So soll es sein. So läuft er hier oben hin, ne? Ja, Herr. Es ist Zeit. Zeit. Zeig uns den Weg. Hier ist noch ein Siedlungsplatz. So soll es sein. Den habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Hälfte. Das kann ich. Natürlich. Ja, mein Herr. Da. Wird gemacht. Wie ihr befehlt. So gut ich kann. Jawohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Verreal, danke fürs T2-Abo. Okay, da gehört direkt den Epileptischen hier. So, wie weit folgen die mir? Ja, fertig. So soll es sein. Seid unbesorgt. Leert sie das Fürchten. Für das Volk. Ach, ihr hört einfach so viel HP. In Ordnung. Ja, mein Herr. So gut ich kann. So gut ich kann. In Ordnung. Können Pfeile eigentlich verfehlen? Ja. Ja, mein Herr. In Ordnung. Wie ihr wollt. Ja, mein Herr. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Für das Volk. Sehr wohl. In Ordnung. Für das Volk. Ich hab dem Ding mal in Discord reingehauen. Ich hab das ja runtergeladen. Ich hab's ja auch darüber gestartet. Ja. Für das Volk. Aber ich seh halt nicht ob... Ich seh halt grad keinen Unterschied. Es ist Zeit. Das ist aber auch hakelig, hier ein Angriffsbefehl mal zu geben, ne? Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Ja. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Ja. Ja, mein Herr. Für das Volk! Was hat die Kasernen mit den Leib-Eigenen zu tun? Natürlich. So gut ich kann. Auf in den Kampf! Gut. Gut. Ja, ich glaube, Talgrund wieder aufbauen. Ich glaube, das findet hier nicht statt. Hi NexFlex, willkommen zum Stream! Okay, halbe Gesundheit war mir übrig, aber das reicht. Dank, edler Herr. Ich bin Torwächter und diese Schurken haben mich entführt, damit keiner das Tal verlassen kann. Nun kann ich endlich wieder meiner Arbeit nachgeben. Es gab keinen Grund, ihn leben zu lassen. So, da habe ich... Moment. Speedrun Strats hier, aber anscheinend muss ich trotzdem noch meinen Auftrag erfüllen. In Ordnung. Ja... Wie ihr befehlt. Ja, wir dürfen noch nichts machen damit. Aber haben wir damit den Angriff unterbunden, der dann später stattfindet? Wie ihr befehlt. Wäre es ja gut, dass sie dann gedacht haben, dass man Sequence breaken könnte dann, aber... Wenn jetzt auch gleich noch der Angriff kommt, das fände ich weird. ...nehmt seine Studie auf. ... ist in Ordnung. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Fertig! So, Moment. Ich weiß, dass hier auch... Irgendwo genau hier die Eisenmine... ... konnte man bekommen. Hat optisch was von Age of Empires 3 auf Wish bestellt. Das ist jetzt aber fies. Also ich finde... Ja, ich finde dieser realistische Stil ist nicht so gut gealtert, aber es ist schon detailliert. Und ich finde, die Städte wirken auch recht lebendig. Also das haben sie hinbekommen. Eine neue Technologie ist erforscht. Ja, ich darf fast noch nichts erforschen hier. Ja, ich verlor den Ehering, bevor ich in die Kirche ging. Findet ihr ihn auf euren Reisen, will ich euch große Gunst erweisen. Mein Auge ist von der Arbeit trüb. So helft mir suchen. Seid so lieb. Wie ihr wünscht, meine Herren. Und was sie dann wirklich hinbekommen haben, dass sie in der Mission halt wirklich... ...viele Sidequests und so haben. Und man deshalb eigentlich immer irgendwas zu entdecken hat. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So, hier benötigen wir später dann ein Haus. So, da funkelt was. Ich glaube, hier haben wir auch noch eine Kiste. Da liegt etwas im Gras. Ja, sehr nett. Hetzt mich nicht. Kannst du Hunter oder wie spricht man das aus? Willkommen zum Stream. Kein Problem. Sehr wohl. In Ordnung. Einfach Hunter. Okay. Ja, mein Lord. Ich meine, da habe ich zu erinnern, dass hier irgendwo eine Kiste war. Ich meine, da ist ja komisch, dass die Siedler 6 gerne gespielt haben. Siedler 6 müsste ich echt auch irgendwann mal nochmal richtig befassen. Siedler 7 auch. Siedler, das ist ein Name, den ich nenne. Deshalb nenne ich es ja auch nicht Siedler. Ich nenne es immer das Erbe der Könige. Okay, wir haben nicht genug Holz. Kümmert euch drum. Ähm, was brauche ich für die Kaserne? Brauche ich auch Holz. So, Dario. Ne, geh mal hier hin. Zum Bergmann, dass wir die Mine kriegen. Ähm, ihr geht mal gerade hier hacken. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... So, wir kämen hier sogar noch einen Teil hin. Beim Mond im Runden, ihr habt den Ring gefunden. Kann wieder mich nach Hause trauen und meiner Frau ins Antlitz schauen. Zum Dank lasse ich euch nun in meiner Mine graben. Und was ihr findet, das sollt ihr zu eigen haben. Ich nenne auch keines der Post-S4-Spiele-Siedler. Also er ist tatsächlich noch mit Anstand von den allen Nebencharakteren, die wir in dieser Mission getroffen haben. Ich habe ihn irgendwie anstrengender in Erinnerung. Aber der Rest ist ja sowas von schlimm synchronisiert. Ich sage nicht ohne Grund, also die einzigen Charaktere, die sprechen sollten, sind, finde ich, Helden. Und Charaktere, die mit Helden interagieren. Zum Beispiel, wie gesagt, am Anfang der Dude, der Leibeigene, der um Hilfe ruft, der hätte nicht synchronisiert werden müssen. Und dann hätte man auch mit... Sie hatten ja anscheinend auch das Problem, dass sie nicht genug Sprecher hatten. Um zu essen. Nichts lieber als das. So. Ihr macht hier mal ein bisschen Platz. Und ich finde das so weird mit den Dorfzentren. Wie gesagt, hier ist direkt eins. Hier oben war, glaube ich, auch noch irgendwo eins. Hier. Das ist eigentlich nie ein Bottel. Das ist manchmal schon ein Bottleneck. Aber ich finde, das hat mit einem Dorfzentrum eine ordentliche Siedlung. Wir haben jetzt schon 64 Leute. Also ich finde, es hätten zum Start irgendwie, finde ich... Ich finde, das Dorfzentrum müsste in der Basisform 100 haben. Und dann für jeden Ausbau nochmal 50 oben drauf statt 25. So, dann könnte man drüber reden. Ich schätze mal, dass das auch eine... Eine Performance-Sache war. Aber es ist nicht so, als hätte Bluebyte nicht gewusst, wie man... ...meersiedlerschaft. Wird erledigt. Guten Morgen, Kreativ. Guten Morgen, Kreativ. um kurz vor zwei. Gut, ich bin aber heute auch schon sehr lange wach. Ich bin tatsächlich heute mal relativ früh nicht nur aufgestanden, sondern ich war auch ausgeruht. Das ist im Moment tatsächlich... Ich habe jetzt eine Smartwatch zu Weihnachten bekommen und ich stimme jetzt, glaube ich, heute das erste Mal überein mit der Einschätzung meines Schlafzyklus, dass der tatsächlich gut war. So, und wir können noch das andere Dorfzentrum besetzen. Das ist eigentlich auch total unnötig. Sind Dorfplätze einfach in ihren Werten modbar? Das wollte ich tatsächlich die Tage auch wissen. Also mich überrascht, dass noch niemand eine Motze gemacht hat, einfach nur um diese paar Werte ein bisschen hochzuschrauben. Wurde auch schon gemacht. So, wir haben schon zwei von den Ziegelhütten. Wir brauchen aber noch einen Bauernhof. Okay, die brauchen alle. Verstehe. Dario, eben kam ein Bruder aus Ridgewood, wo eure Mutter lebt. Er braucht eine schlechte Kunde. Die schwarzen Ritter sind auch dort eingefallen und brennen alles nieder. Eilt euch, Dario. Ihr müsst helfen. Nehmt einige Soldaten mit und eilt eurer Mutter zur Hilfe. Den Weg kennt ihr. Am Fluss entlang Richtung Nordosten und dort durch das große Tor. Schnell. Okay. Das war jetzt aber schnell getimed. Wir können noch ein paar Soldaten kaufen. Aber müssen wir ja gar nicht. Also eigentlich... Können wir doch Muttersehen alleine da langlaufen. Aber einfach mit dieser Musik. Ich muss sagen, was ich dem Spiel immer zugute gehalten habe. Es hat zumindest in der Kampagne so ein gewisses Zen-Feeling. So, ich finde, das ist halt wirklich ein Spiel, da baust du halt wirklich mal eine Siedlung, die schön ist. Bist relativ relaxed dabei. Das hat es hinbekommen. Game sollte trotzdem umbenannt werden. Ich sag mal so, ich hab die Tage... Ich hab darüber nachgedacht. Ich finde ein paar Sachen, hätte man nur umarrangieren müssen. Dann wäre es zumindest wesentlich näher an Siedler dran. Ich öffne ich gerne das Tor. Ihr könnt passieren. Und habt nochmals vielen Dank. Ohne euch hätten mich die Schwarzen Ritter bestimmt übel zugerichtet. Ich wünsche eine gute Reise, Herr. Und passt gut auf euch auf. Schwere Zeiten stehen euch bevor. Sehr wohl. Einst war er versperrt, der Weg zu dem lieblichen Tale, in welchem Talgrund lag. Doch nun war er wieder freigegeben. Doch Eindringlinge sollten es künftig, durch das Erstärken und Zusammenhalten der Dörfer, schwieriger haben. Bra, die Gebäude brennen einfach immer noch. Die Bewohner von Talgrund vermochten es nunmehr, sich selbst zu verteidigen. Das Dorf war neu errichtet und stärker als je zuvor. Jo, es läuft so gut, dass immer noch alle Gebäude am Brennen sind. In dieser Gegend waren vorerst gebannt. Doch was war mit Dörfern und Gemeinden jenseits des Tales? Sie lagen ungeschützt von drohender Gefahr. So auch das Dorf, in dem Darius Mutter seit manchem Jahr lebte. Das war Mission 1. Let's go. Ihr habt die Straße nach Ridgewood erreicht. Zwei Soldatentrupps sind Dario gefolgt, um ihn bei seiner gefährlichen Aufgabe zu unterstützen. Ridgewood liegt auf einem Hügel im Norden von euch. Noch scheint alles ruhig. Nehmt eure Truppen und eilt nach Ridgewood. Doch seht euch vor. Bruder Johannes hatte euch gewarnt, dass die Gegend unsicher sei. Ihr müsst hier mit Wegelagerern rechnen. Sendet Darius Falken aus, um zu sehen, welcher der beiden Pfade sicher ist. Oh Herr, die Banditen sind bereits da. Sie brennen die Stadt nieder. Hilf den armen Bürgern, schnell! Ja, voll die Stadt. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ihr werdet angegriffen. Hier haben sie das Zugegenasen ganz cool gemacht, dass man hier den Adler rausschicken kann. Wie ihr befehlt. Ich tue mein Bestes. Ja! Jawohl. Gerr. Ja. 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 Wo sind die denn hier am Kämpfen? Der Feind attackiert eure Siedlung. Genau, die haben hier Kameradrehen auf Einfügen und Entfernen gelegt. Leben und Ehre. Der Tag der Abbrechnung. Steuern und Siedlung bezahlt. Ja, Tapp, ich weiß. Die Stunde des Schicksals hatte geschlagen. Als Dario Ridgewood erreichte, Dario Ridgewood erreichte, verschied seine Mutter. Doch zuvor gab sie ihm mit letzten Kräften ein Amulett, selbiges sie schon am Herzen trug, als ihr Sohn noch in den Windeln lag. Als die schwarzen Reiter das Dorf überfielen, hatten sie es vergebens gesucht, nicht ahnend, welchen Schatz die ergraute Dame barg. Nun kündete sie dem Sohn mit der sterbenden Stimme das Geheimnis, dass nämlich Cairon, der König des Alten Reiches, sein Vater sei. Er möge das Kleinod wohl aufbewahren, denn nie dürfe es in die Hände eines anderen als des wahren Thronfolgers geraten. Nach diesen Worten schloss die Königin des Alten Reiches ihre Augen für immer. Auf einem Hügel nahe der Stadt haben die Banditen ein Lager eingerichtet. Mood Riblash, aber sowas von. Ja, die Cutscenes sind irgendwie ein bisschen lauter als der Rest. Dort halten sie einige Dorfbewohner gefangen und auch Leonardo, den Erfinder. Ihr müsst alles daran setzen, sie aus der Hand dieser Halloten zu befreien. H10-Masten immer gut zum Setting. Ja, ich finde das ganz cool gemacht mit den Wandmalereien. Das war ein schöner Stil. Hatte S4 ja im Hauptmenü ja auch diese Wand gemäldet. Das fand ich immer sehr schön. So, gibt es einen Grund, wieso wir nicht direkt jetzt Leonardo befreien können? Hierfür benötigt ihr mehr Tana. So, diesmal schicken wir aber bitte mal bitte erstmal reparieren, weil das die ganze Zeit jetzt so zu sehen wird nerven. Wie viel S5 hast du schon gespielt? Ich habe das Hauptspiel definitiv sehr viel gespielt. Ich habe die Erweiterung nie komplett gespielt, weil die Erweiterung haben ja in der Schwierigkeit schon sehr angezogen. Aber an das Hauptspiel habe ich sehr gute Erinnerungen. So, wenn der, wenn jetzt Nario tankt. Ich habe sonst irgendwie mal ewig gewartet mit der Befreiung der Bros hier. Ich finde auch diese Soldaten, die haben so ein cooles Design. Ich war so enttäuscht, dass man die in der Kerberos-Kampagne von Legenden, dass man die da nicht selber rekrutieren kann. Also zumindest nicht regulär, sondern nur per Script. So, das heißt, wir können uns direkt auch den Sold sparen. Klarere Spezialfähigkeit. Ich will ja nicht, dass die weglaufen. Leonardo ist einfach so. Jo, willst du vielleicht ein bisschen Abstand halten? Ja, das Nebelvolk haben sie. Also, über das Nebelvolk werde ich auch, glaube ich, einige Worte verlieren. So, da haben wir unsere Leibeigenen. Hier geht auch bitte mal Holz hacken. Okay, die sind aber, die sind ziemlich lange eingeschüchtert. Bleiben schnell stehen, lass nicht anschlagen, ohne Gegenwehr. True. Falkenboy ist halt einfach so, oder Adlerboy ist einfach so einschüchternd. So, dann Lemschacht. Oh, das ist aber, stimmt, das ist so ein 3000er. Also, da können wir uns das ausbauen und definitiv sparen. Ich sag, wie ich es vorhin meinte, ich finde das ungeschickt, dass man so früh eine Hochschule bauen soll. Ich finde, das Sägewerk und der Ziegelbrenner hätten Standardgebäude sein müssen. dass du praktisch schon mal diese Erstproduktionsketten praktisch zumindest schon mal so simuliert angedeutet hast und dann die Hochschule baust, weil du hast sonst einfach eine Akademikerquote am Anfang von 50%. So, ich verstehe, dass die Forschung so wichtig gemacht hat, weil es ist die große Neuerung gewesen, neben den Helden, aber das ist ein bisschen komisch von der Struktur. Danke, Kamera, dass ich nichts sehe. So, jetzt können wir auch den Ballistaturm bauen, aber wirklich gebaut habe ich den, glaube ich, immer erst in Crawford. Das finde ich auch so auffällig. Du hast zum Teil deutsche Namen und dann hast du wieder englische Namen dazwischen, aber auch einfach teilweise dann so nebeneinander. Willst du die gesamte Kampagne durchspielen? Ja, aber nicht komplett heute. Guck mal, wie weit wir heute kommen. Ich hatte ursprünglich nur geplant, das mit der Motivation mir anzugucken, wie das funktioniert, weil das für die Review wichtig wird. Aber das hat nicht so lange gedauert, wie ich erwartet habe. So, da ist ein Bergmann. Hier oben drüben, genau, hier war noch ein Siedlungsplatz, dass ich den aber auch schon direkt weiß oder so. Oder hat mir denn vorhin einer der NPCs gesagt? Aber ich, aber die, ähm, ja, diese Review ist mit unter ne Austritt, damit ich auch die Erweiterung irgendwann mal durchspiele. Gibt's hier Stein? So, hier die Hochschule, dann kann nämlich hier das Sägewerk hin. Jo, da ist Stein. gut, sehr wohl. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. In Ordnung. Wow. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wobei, das eine müssen, den einen Trupp müsste Dario so hinkriegen. Wie gesagt, ich finde ihn, bei ihm hätte man wirklich hingehen können und sagen können, er hat am Anfang vielleicht nur 200 oder 300 Hitpoints und kriegt dann erst die volle Gesundheit, wenn er nach Crawford dann, äh, seine Rüstung kriegt. Dann wäre Erik nämlich dann, äh, erstmal die Kampfmaschine gewesen und Dario halt zum Scouten und für, mit NPCs reden. Ja, dafür, dass es nicht mal was richtig gespielt, außer Wiles zum Beispiel. Ich habe mir jetzt tatsächlich zu Weihnachten noch Elden Ring und Sekiro geholt, weil die runtergesetzt waren. Also, ich habe genug zu spielen im Moment. Erik ist, ja, Erik ist so OP, ich glaube, das ist der Grund, warum er die Behandlung im Enteignung bekommen hat, die er bekommen hat. Ah, das wird knapp. Kann der Brie jetzt bitte mal sterben? Gut. Wie ihr wollt, wie ihr wollt. ja, mein Gott, ja. Das wird auf Dario auch nicht aufpassen müssen. In Ordnung. Okay, die verfolgen uns gar nicht so weit. So, ihr erforscht bitte Konstruktion. Dann können wir nämlich hier gleich die Lebenhütte bauen. Nach Eriks Bahn kommt ja direkt Drake. Ja, wobei, Drake, ich habe nicht so viel mit ihm gearbeitet, aber er ist ja, er ist ja nicht so dieser Crowd-Typ. Er hat ja, ich mehr, war ja mehr der Scharfschütze. Ähm, wo gehen die Gelehrten hin? Und die Bergmänner gehen, auch Leute. Also, smart sind die ja nicht bei der, bei ihrer Auswahl. Aber ich finde, man braucht gar nicht so viele Leibeigener auf Holz. So, Lehm-Bottleneck ist viel mehr. Hier ist noch Eisen. Ich meine, können wir auch mal theoretisch holen, aber eigentlich ist Lehm gerade wichtiger. Hier, sind aber auch nur 50er vorkommen. Ja. Hier bei den Forschungen ist, glaube ich, ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, wo Überstunden wirklich was bringen, dass du eine Tag mal eben rausrushen kannst. Herr, wir konnten die Räuberbande auf dem Hügel ausspionieren. Danke, Baum. Sie planen in Kürze einen Angriff auf eure Siedlung. Seht euch vor und bringt eure Truppen in Position. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Gut. So, welche Truppen? Aber wenigstens an, dass ich den Turm nicht zerstört habe. Hier ist noch eine Kiste. Okay, wir brauchen kein Leben für die Ziegelhütte. Ist das nur der eine Dude? ein Held attackiert. Fertig? ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Aber Gamm baut mehr Bauernhöfe um all eure Siedlungen. Gut gemacht, Herr. Okay, es war nur der eine. Die Räuber, ja. Ich konnte in ihrem Lager einen Plan finden, wann der nächste Angriff stattfinden soll. Diesmal haben sie nicht die Spawns vergessen. Sehr gut. Wenn ihr erlaubt. Gut. Ja. Wie war das? Die Angriffe hören, glaube ich, nicht auf, bis man das Lager zerstört hat. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. So, ihr macht mal bitte Platz hier drüben. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Jupp, natürlich. Also, wir brauchen noch Thaler für die Bildung und für die Wehrpflicht. Hydrieren, das ist eine gute Idee. Fertig, Meister. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Dafür muss ich eigentlich auch mal einen Sound Alert machen. Hört, trinken. Super, jetzt haben wir für den Bauern kein Bett, aber der ist egal. Das wäre jetzt etwas wirklich Feines. Alkohol ist auch erlaubt, weil ich trinke aber kein Alkohol. lieber als das. Eure Arbeiter bezahlen mir die Stimme. Ach, die wollen gar nicht die Steine, ne? Egal, benötigen sie auch nicht. Also, klar, Ballistaturm wäre schön, aber finde ich, sonst die Leute das Spiel mitgucken würden. Es hat aber auch seine Fans. Also, damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Ach, hier ist sogar noch ein Bonus. Alkohol ist für Lusapokoli viel besser. Welche Mission? Das ist die zweite. Ich muss auch sagen, diese Animationen sind halt schon mit sehr viel Liebe gemacht. hierfür benötigt ihr mehr Thaler. So, ich wollte, dass ihr die Steine holt. Einen Ballistaturm hätte ich schon gerne. Sobald du Bogenschützen machen, kannst du nicht Bogenschützen die besten. Yep. Aber letzten Schützen sind so OP, einfach weil sie eine Reichweite haben, die höher ist als die von Türmen. Das ist auch so eine Geschichte. Wozu brauche ich Kanonen? Wenn die Schützen, wenn man sie richtig hinstellt, einfach einen Kanonenturm outrangen. und auch noch richtig schnell schmelzen, also Ballistaturm kann man gar nicht so früh bauen. Ich habe die Technik bekommen, also man kann sie schon in Ridgewood bauen, tatsächlich. Habe ich aber auch noch nie gemacht, glaube ich. Fühlt sich das mehr nach Stronghold? Ich würde nicht unbedingt sagen Stronghold. Ich finde, Siegler 6 ist näher an Stronghold. Das ist eher so ein bisschen Age of Empires-Vibe. Aber gleichzeitig hat man da finde ich nicht, also wenn das Ziel war Age of Empires Elemente zu übernehmen, dann hat man das finde ich auch nicht richtig gemacht. Weil zum Beispiel die Burg produziert die Leib-Eigenen ja instant, während in Age ja Dorf hier vom Dorfzentrum die Zeit ja super wertvoll ist und die da eine Dauerproduktion haben willst. so was kostet mich der Ausbau 300 Steine. Yikes. Hubertz ist now legal in this Chat für sehr hydrieren Button. Salim bekommt man aber schon in der Mitte. Aber bei Salim werde ich auch Worte verlieren. Also es wird eine detaillierte Review. Ich glaube ich habe über Weihnachten über die Tage hatte ich schon angefangen das Skript zu schreiben. Ich glaube ich hatte da schon irgendwie über acht Seiten. Das Problem ist wir haben noch keine Soldaten deswegen will ich eigentlich noch nicht riskieren wobei wir doch hier können wir schon hin. Zeit Tag Ja Ausbau von Dorfzentrum klingt schon mal ganz ganz gut Lasst mein Volk in Frieden einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an So Oh das ist Wieso ist dieser Satz eigentlich noch kein Meme was was ja war schon immer so mein Ding Ich glaube ich glaube was ich tatsächlich an an erbitter Könige mehr schätze als an Age of Empires oh ne lass bitte meinen Turm stehen Dario Dario der Turm ich glaube Reparatur kostet hier nichts an Rohstoffen und ich finde Age of Empires immer die Gebäude die man reparieren will also klar ist es günstiger als Neubauen aber es kostet trotzdem finde ich zu viel ich habe dein Video zwar noch nicht zum Ende gesehen aber ich finde ich das nicht schaffen könnte ja wie gesagt ich finde beim Test entsteht auch schnell der falsche Eindruck kein Problem dazu habe ich jetzt so gar keine Lust so was machen wir mit euch hier ihr könnt Steine abbauen ihr auch ne tatsächlich nicht ähm ich habe aber es gibt einen Patcher der die History Edition wieder zur Gold Edition patcht mit Hydra Einträgen für höhere Auflösungen aber halt ohne die ganzen Probleme die die History Edition hatte weil die History Edition ja dann das war nach einer Cutscene einfach mal das Terran nicht mehr rendert oder sobald es regnet du einfach nichts mehr siehst weil alles voller Nebel ist aber ansonsten habe ich eigentlich nichts an Mods drin also klar das sind die MP Patcher noch aber ich sehe da noch nicht den Unterschied natürlich ja so ich glaube Steinmetze darf ich noch nicht bauen ne ich hätte jetzt aber ich hätte schon gerne Ballista Turm von hier kamen die Angriffe oder oder es ist zahltag aneim aneim Ja, es hat schon seinen eigenen Charme. Wow, 100 Taler, danke. Kannst du bitte eine sprechende Kanone packen? Leonardo habe ich direkt am Anfang befreit. Ja. Ein offensichtlicher Provinz-Tilter fehlt. What? Was machen wir denn jetzt? Äh, komm, holt mal das Eisen. Taler und Holz kann ich investieren, aber ich glaube, das bringt nicht so viel, oder? Komm, wenn wir... Die Eideln E. Holz haben wir und Taler haben wir auch. Ich will mal gerade wissen, was dabei so rumkommt. Natürlich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Sie schebert. Buch. Holt euch Waffen, bitte. Hältig. Sehr wohl, sehr wohl. Fertig. Ich hab getan, was ihr wolltet. 107%. Ich glaube, das bringt noch nicht so viel, oder? Sie schebert. Aber das reicht nicht für einen Tick. Gut. Ich habe jetzt noch nicht gut. 3. 3. 7. 9. 8. 9. Da kommt, Leute. Ihr seid auch ziemlich langsam. So laufen die jetzt los oder kommt hier gleich ein Spawn? Meister, ein Waldarbeiter konnte die Räuber in ihrem Lager im Süden belauschen. Sie planen, in Kürze eure Siedlung anzugreifen. Ihr müsst mit zwei Truppschwertkämpfern rechnen. Bereitet euch auf den Angriff vor. Ihr solltet euren stärksten Truppen die Verteidigung der Stadt übertragen. Unsere stärksten Truppen? Ja, hier sind meine Milizsoldaten. Ich habe keinen Bot im Chat, der irgendwie Links raushaut. Aber in der Kanalbeschreibung müsste was sein, beziehungsweise im Linktree. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Kein Problem. So gut ich kann. So, da ist unser Ballistaturm. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Gut. Sehr wohl. Auf sie! Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ja. Ich kann überle清楚. So, das nächste wäre dann natürlich eine Kaserne. Konstruktion und Festung. Naja, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu teuer. Okay, ich darf noch nicht ausbauen. Sichtweite von Gebäuden, sehr schön. Und Sichtweite von Leibeigenen können wir eigentlich auch direkt mal skillen. Ich schreibe mich nur gerade, Sichtweite von Leibeigenen zählen Milizsoldaten. Die sind ja auch noch, weil die sind ja technisch gesehen Leibeigene. Die Technologie mit der Sichtweite von Gebäuden funktioniert nicht. Wow, und das haben sie auch wahrscheinlich in keinem Add-on gefixt, ne? Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Also ich habe jetzt leider nicht den Unterschied gesehen. Wir müssen mal darauf achten, dass ich in der nächsten Mission... Die Steingruppe ist wirklich langsam. Es gibt nur was von Spielern, die das fixen, aber von Ubi wurde es nie gefixt. Ja, das ist halt... Beide History-Edition-Collections, also von Siedler und von Arno. Das waren einfach solche dreisten Cash-Grabs. Das ist einfach so widerlich. Oh, dummerstein, wenn ich eine Spitzsache habe. Ne, die Lehmgrube ist schneller. Ich war erstmal davon ausgegangen, dass die relativ ähnlich sind, weil es technisch gesehen ja alles das gleiche Gebäude ist. Aber klar, der Steinbruch hat ja eine andere Animation, deswegen... Aber ich habe auch das Gefühl, dass die generell weniger produziert. Also langsamer. Steuern und Sollt werden gezahlt. So gut ich kann. Hängt doch auch von den Laufwegen ab. Ja, das nicht mal unbedingt. Ja, das beeinflusst aber eigentlich auch nur die Zeit zwischen den Arbeitsgängen. Hier gefällt es mir. Komm schon. Schneller. Und wir dürfen auch noch gar keine Kirche bauen. Das heißt, mit Überstunden kann eigentlich auch nicht der Sinn der Sache sein. So, jetzt. Natürlich. Sicher. Aber Eisen haben wir auch noch nicht, ne? Da gibt es welches. Ach stimmt, hier ist... Ah, ich glaube von ihm muss man Eisen kaufen. Ich erinnere mich. Bei einer anderen Person besser gewesen ist Oliver Kakerhofer. Er ist noch mit Abstand die am wenigsten anstrengendste Stimme, würde ich wahrscheinlich sagen. Also dafür waren genug von den anderen. Charakteren schlimm genug. Aber sie haben ihn ja auch ausgetauscht im Add-On. So, machen wir mal zwei Truppen richtige Schwertkämpfer. Ah, aber ich kann sie noch nicht selektieren. Ah, aber ich kann sie noch nicht selektieren. Lassen wir die erstmal nochmal weg. Ähm, wieso ist es so schwer Militzsoldaten zu selektieren? Ja. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Hm? Rechts nicht machen und gedrückt lassen, dann in die Richtung ziehen. Die müssten ja jeden Moment hier sein, weil dann muss Dario nämlich darüber mit dem Dude reden, dass ich Eisen kaufen kann. So gut ich kann. Angriff! Ihr werdet angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja, Mann. Wie ihr wollt. Der Bürgermeister von Oberkirch hat eine Botschaft geschickt. Er bittet euch, umgehend zu ihm zu kommen. Er braucht dringend Hilfe. Vielleicht kann er euch auch etwas über den Verbleib von Erik erzählen. Okay, das Lager müssen wir jetzt gar nicht mehr zerstören. Ich finde es auch cool, dass hier dann die ganzen Sachen rumliegen. Ja, gut. So, wenn kein Angriff mehr droht, dann möchte ich gerne mal wissen, was es hier an Rohstoffen gibt. Beziehungsweise, wir können auch noch einen Dorfplatz besetzen. Ist nicht hier sogar noch einer? Ja. Ja. Natürlich. Ja, ja, Mann. Seid gegrüßt, edler Herr. Ich komme eben zurück von einer sehr lukrativen Reise nach Crawford. Die Stadt wird belagert. Daher braucht man viel Holz und Eisen für neue Wappen. Ich konnte dort meine ganzen Bestände verkaufen. Jetzt brauche ich wieder Nachschub. Sagt, wollt ihr mir nicht ein paar Waren verkaufen? Ich zahle gute Preise. Ich will Eisen kaufen. Der Tag, der Abbruch. Was bietet er denn? Steuern und Sold werden gezahlt. 100 Stämme Holz für 200 Taler. Okay, das ist... In Ordnung. Ja gut, Holz habe ich genug. So gut ich kann. 200 Eisenbahnen. Ne, das Eisenbahnen braucht ruhig selber. Ich glaube von ihm kann ich Eisen kaufen. Wie war das? Weil er auch mal Feinschmiede hat. Ich finde die Schmiede hätten... Ich finde das hätte eine Schmelze sein müssen. Hätte vielleicht auch eine schöneren... Schöner Arbeitsanimation abgegeben. Mario, ich habe das von eurer Mutter gehört. Tut mir sehr leid. Erik ist leider immer noch in Crawford. Aber wir haben einen Boten geschickt, ihn zu holen. Er sollte bald hier sein. Was uns sorgt. Seit Tagen machen schwarze Raubritter die Gegend hier unsicher. Wir haben nun herausgefunden, wo sie sich sammeln müssen. In diesen Höhlen hier bereiten sie einen Angriff auf unsere Stadt vor. Sie kommen auf Pferden, sodass man sie mit Speerträgern aufhalten könnte. Doch mir fehlt das Geld. Wenn ihr mir 500 Taler gebt, könnte ich aber Truppen aufstellen. Oder ihr schickt uns einige eurer Soldaten. In keinem Fall darf unser Dorfzentrum zerstört werden. Also wir haben Talgrund, Oberkirch und Ridgewood. Eines dieser Dörfer klingt nicht wie der Rest. Ähm, du sagst, die Kanonen klingen ähnlich wie ein Anno. Ähm, die Leute, die Entwickler machen aber ja nicht alle ihre Sounds selber. Es gibt ja öffentliche Bibliotheken, auch mit Texturen. Ähm, Texturarchäologie ist so eine Sache. Da gibt's schöne Videos zu. Du kannst die Steintexturen in sehr vielen Spielen auf ein Foto zurückführen. Wo halt immer verschiedene Stellen und auch unterschiedliche Auflösungen halt genommen wurden. Aber es geht alles auf eine fotorealistische Aufnahme zurück. So wie war der Volk, der jetzt? Ähm, aber das sind Armbrustschützen, keine Sperrkämpfer. Wir werden an der Straße den schwarzen Rittern entgegentreten und sie in ihre dunklen Höhlen zurückjagen. Ha! Das wird ihnen eine Lehre sein. So, aber wir haben immer noch keine Lösung für unseren Eisenmangel. Waren hier nicht vorhin Gegner gewesen? Sehr wohl, ja! Es gibt einfach Sounds, für die man vorfrieden in einem Spielpark kann. Nicht, sind ja nicht for free, aber es gibt halt so Bibliotheken, für die man sich die Rechte holen kann. Und auf der Grundlage kann man dann auch arbeiten. Ich hab die, das ist die Tage auch nochmal, was ist die Tage? Aber vor einer Weile, unter irgendeinem Star Trek Video, haben irgendwie Leute gemerkt, dass, äh, dass da, äh, ein ähnlicher Sound kommt, wie bei den Schattenschiffen aus Babylon 5, wo dann auch wieder jemand sich beschwert hat, weil es ist ja so ein häufiger Irrglaube, dass, äh, Deep Space Nine bei Babylon 5 abgekupfert hat. Und, äh, wo ich mir so, ne, äh, die haben den Sound auch nicht selber gemacht. Wenn man sich sowas als einzelner Entwickler leisten. Ich weiß nicht, wie der die, wie der die, ähm, Lizenzen sind. Aber, äh, es gibt so Sounds, die findest du halt in sehr vielen Spielen und auch Texturen, die findest du in sehr vielen Spielen wieder. Äh, besetzt mal bitte das Dorfzentrum. Ich hab sonst keinen Platz mehr, aber ich seh noch nichts mit Eisen. Ich meine, wir können auch mal unten dran lang gehen, das Lager zerstören. Man kann sich die Rechte holen, kann man sich auch die Linke holen. Hier lässt er sich gut leben. So, komm, wir machen mal die besseren Schwergkämpfe einfach, dass wir irgendwas erforschen können. Eisenmine ist in der Nähe. Ah, ja, hier, da ist sie. Sehr gut. Aber das Lager können wir trotzdem mal zerstören. Da war ja auch eine Kiste. Ach, super. Hier ist gar kein Platz. Wo sind meine Holzfäller? Komm mal her. Macht hier mal Platz. Wie beim Morgen müsste uns sogar noch ne, äh, noch ne weitere Umfrage kommen. Zum Thema Minecraft Mod, äh, Mods, beziehungsweise Mod Facts. Ihr habt es so gewollt. Wo du schon sagst, ich hab Eisen übersehen. Natürlich. Ja, ja. Ja, ist gut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe... Was würdest du das machen, wenn die die Linke besitzen würdest? Sarah Wagenknecht rausschmeißen? Wobei gut, die ist ja jetzt auch, die ist ja jetzt, hat ja jetzt ihre eigene Partei gemacht. Die Arbeiter denken irgendwie alle, wie bei Warfare, ich hab da einfach nachgemacht. Wie gesagt, ich denke mal auch, dass das, äh, gut, ich weiß nicht, ob, wenn, wenn es die Stimmen sind, vielleicht die gleichen Sprecher sind. Aber wie gesagt, Sounds machen die Entwickler meistens auch nicht alle selber. Zumindest nicht so für alltägliche Dinge. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, das könnte, glaube ich, noch eine Weile dauern in dem Tempo. Das ist auch so ein schöner Bug. So, wenn der keine Truppen hat, dann werden wir angezeigt, dass er drei hätte. History Edition. Wir haben das Spiel gepatcht. Ich werde jetzt nicht anfangen, deren Entgleisungen hier alle aufzulisten. Aber du erinnerst mich gerade daran, dass ich auf dem Discord mal ein extra Chat machen wollte für ernste Themen, dass die Sachen halt nicht alle im allgemeinen Chat immer stehen müssen. Oder wie letztens im Meme-Chat. Wie kann das sein, dass sie das... Wieso wir hier betten? Kommt, Leute, machen wir ein bisschen schneller. Was erzählst du denn von der Ampelregierung? Ich habe gestern tatsächlich noch gelesen, dass die tatsächlich sehr viel mehr von ihren Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt hat, als man so denkt, beziehungsweise auch viel in Angriff genommen hat, aber sie einfach sich richtig schlecht vermarktet. Und ich denke mir, so die Probleme, die sie, die wir jetzt haben, so die hatten wir unter Merkel auch. Beziehungsweise haben wir mit uns dabei, weil wir 16 Jahre lang die CDU an der Macht hatten. So, die hatten, so die Probleme hätte man auch da schon lösen können, hat man aber nicht. Wenn ich bedenke, wen die CDU wahrscheinlich als Kantakandidaten aufstellen will, schaffen die es sogar, dass ich Merkel vermisse. So, das ist ja so. Für Ruhm und Ehre. So, hoffentlich kriegen wir das hier geregelt. Ihr habt nicht genügend Eisen. Mach dir mal Platz, bitte. So, hier gibt es gleich ein Battle. Wie war das, was haben meine Siedlung und Vegetarier gemeinsam? Eisenmangel. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Ja, jetzt können wir ihn im Prinzip eigentlich alleine da hinschicken. Der Rest der Braubritter sammelt sich in dieser Höhle zu einem vernichtenden Angriff auf das Dorf Darkingstoke. Ihr Ziel ist es, das Dorfzentrum der Stadt zu zerstören. Ihr müsst dies verhindern. Also, wir haben Talgrund, Oberkirch, Ridgewood und jetzt Darkingstoke. Und dann gehen wir als nächstes nach Crawford. Zueinst waren Dario und Erek gemeinsam in Talgrundslanden zu Jünglingen herangereift. Gerne gedachten sie auch später jener Zeit, doch ihre Freundschaft wurde tiefer und näherte sich nicht nur aus Erinnerung. Erek dünkte es vor Jahren schon, dass sein Freund zu Höherem bestimmt war. Dennoch pflegte er ihn bei ihren Kampfübungen nicht zu schonen. Doch als die Jahre dahin gingen, zog er aus, um die ihm eigene Kampfesweise auf den Schlachtfeldern zu erproben. Er war zum Ritter geschlagen und in des Landes weitem Rund sangen die Barden von den kühnen Taten des trefflichen Heerführers, der schon manch große Schlacht geschlagen hatte und dem die ihm anvertrauten Soldaten blinden Gehorsam erwiesen, als er in die Heimat zurückkehrte. Ja, das ist so etwas... Wie alt soll Dario sein? Wie alt soll Erek sein? Weil ich habe das Gefühl, Erek soll ein bisschen älter sein, wenn er alt genug ist, um bekannter General zu sein. Dario wirkt aber so Anfang 20, Mitte 20 vielleicht. Und viel älter kann Dario eigentlich nicht sein, weil ich glaube ich sonst die Zeitlinie vom Rest auch keinen Sinn mehr ergibt. Wie geht es meinen Haustieren? Oh, sag bloß nichts. Sie, äh... Wir graben uns wieder jeden Nerv. Kein Problem. Sie waren ja über Weihnachten länger alleine und es ging wohl auch ziemlich lange gut und ich glaube die letzten Tage müssen sie sich ordentlich gefetzt haben. Ivy sieht ein bisschen aus wie ein gerupftes Huhn. Aber als wir wieder kamen, haben sie auch schon wieder miteinander gekuschelt. Also... Ich verstehe die Tiere nicht. Ja, du hast auch mit 16 schon... Ja, klar. Also... Du konntest da schon... Das war... Das ist schon richtig. Wo kommt die Brees jetzt her? Sehr wohl. Ihr habt es so gewollt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ähm... Kommt. Eure Arbeiter bezahlen wir die Steuern. Einfach keine Haustiere anschaffen. Ja, aber ich würde auch die Chins... Ich würde die Chins vermissen, wenn sie nicht hier wären. Auch wenn sie so manchmal anstrengend sind. Na, retten wir das Haus oder nicht? Sieh dich aber wahrscheinlich nicht... Ach, also die bauen auch schon eine gewisse Beziehung zu ihren Menschen auf. Ähm... Na, gut. Repariert, bitte. Kann sein, dass sie dabei sterbt. Aber das ist ein Risiko, dass ich bereit bin einzugehen. Natur ist trotzdem böse. Ja, ich... Ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung... Also man ist ja inzwischen auch an dem Punkt, wo man sagt... Diese Herdentiere... Also man sagt ja immer mindestens zu zweit. Aber eigentlich ist zu zweit auch zu wenig. Ich kann mir vorstellen, dass einfach auch... Na, wenn du die ganze... Die ganze mit der gleichen Person zusammen bist. Irgendwann kannst du die Person auch nicht mehr sehen. So, eigentlich müsste man... Wir haben ja vier Tiere, aber wir können sie nicht zusammensetzen. Weil, also... Ich denke manchmal, warum man nachher versuchen sollte, dass man die vier nochmal irgendwie in einen Käfig kriegt. Gerade wenn man vielleicht später wirklich in ein Haus zieht und dann wirklich ein Chinchilla-Zimmer hat. Mit einem großen Käfig. Aber das ist einfach zu großes Risiko, dass die Tiere dann wirklich gar nicht mehr mögen. Sofort! Fertig! Das ist etwas, was wir nicht riskieren wollen. Der Alarm ist beendet. Es ist Zeitag. Wir haben einfach direkt schon Bastardschwertkämpfe. Also... Das ist auch ziemlich OP an diesem Punkt in der Kampagne. Ich glaube, wenn man immer mit derselben Person zusammen ist, kann man die einfach nicht mehr sehen. Also auf dem... In einem Haus mit einer Person. Du gehst nicht raus. Du triffst keinen anderen Menschen. Ja! Du kannst die Leute irgendwann nicht mehr sehen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Und ich meine, Tiere... Also gerade so soziale Tiere wie Chinchillas sind da nicht anders. Nur dass sie sich in freier Wildbahn halt auch eher aus dem Weg gehen können dann. Und ich meine, Tiere... Oh, nein! Erik, ich brauch dich hier vorne. Oh, die Reichweite ist aber ganz schön großzügig. Ich sehe hier gerade einen Bastard-Schwertkämpfer, der am Verrecken ist. Hier, du gehst mal hier rüber, weil ich müsste ihn hier trotzdem wieder auffüllen können. Jawohl! Sofort! In Ordnung! Oh, das war es schon. Mit der Hilfe von Ereks Truppen war es gelungen, die dunklen Horden zurückzuschlagen. Ich hatte im Kopf, dass man noch das Lager angreift. Jemand konnte sich erklären, was der Anlass für solche Angriffe auf unschuldige Dörfer war. Wer mochte die Fäden hinter solch grausamen Taten ziehen? Ihr habt es doch im Intro schon gesagt. Nach der langen Zeit der Entbehrungen kehrte wiederum Frieden in die Dörfer ein. Die Menschen, sich neuer Sicherheit erfreund, nahmen ihr vertrautes, unbeschwertes Leben allmählich wieder auf. Aber der Weg der beiden Freunde sollte hinfort gemeinsam verlaufen. Sie machten sich auf nach Crawford. Dort hielt sich Darius Onkel Helias auf. Ein alter und weiser Mann der Kirche, dem Dario seit dem Tode seines Vaters sein volles Vertrauen schenkte. So, der Plot verdichtet sich. Weh, sie sind zurück, die dunklen Horden. Doch dieses Mal werden sie nicht von ihnen scheiden, es sei denn, sie fanden, was sie begehren. Vor grauen Jahren schon stand ein mächtiges Königreich unter ihrem dreuenden Schatten. Das alte Reich des weisen Königs Keron. Wohl gelang es ihm noch mit knapper Not, Dario, seinen kleinen Sohn und dessen Mutter zur Flucht zu verhelfen. Er selbst aber blieb zurück, sein Volk zu schützen. Doch auch er konnte sich der dunklen Armee nicht erwehren, welche die Burg erstürmte, und keiner ihrer Bewohner, so heißt es, verließ sie lebend. Da dies geschehen, zersplitterte das einst so stolze Reich in acht Fürstentümer, und nur die Trümmer der Burg ließen an vergangenen Glanz gemahnen. Dario hatte mit Eric eine große Unterstützung hinzugewonnen. Seit dessen Eintreffen in Ridgewood stand der Freund aus Kindertagen ihm fortan zur Seite. Eric konnte seinem Freund den schnellsten Weg nach Crawford durch den Sumpf weisen. In der Stadt hielt sich auch Darios Onkel und Vormund Helias auf. Der mächtige Kirchenmann Helias wusste gewiss so manches, was die Angriffe auf die umliegenden Dörfer betraf. Und warum diese schwarzen Ritter auf der Suche nach einem Knaben mit einem Amulett waren, das jenem glich, das Dario von seiner Mutter am Sterbebett erhalten hatte. Doch was war das? Schon von Weitem stieß den Freunden ein beißender Geruch in die Nase. Crawford schien in Gefahr zu sein. Nicht nur kleinere Dörfer schienen den Angriffen ausgesetzt. Auch große Städte wie Crawford blieben offenkundig nicht verschont, trotz eines mächtigen Regenten. Trotz der widrigen Umstände war die Wiedersehensfreude zwischen Dario und Helias groß. Der Geistliche hatte bereits Crawford Unterstützung geleistet. Er wirkte vermittelnd zwischen der geteilten Stadt. Die weltliche Oberhand hatte Regentdorf Barine, die Geistliche, der Bischof von Crawford. Vor grauen Jahren trat Helias in den geistlichen Stand und überließ den Thron des Alten Reiches seinem jüngeren Bruder Ceron, Darius' Vater. Fortan wirkte er nur noch vermittelnd. Trotz alledem blieb er ein wirkmächtiger Mann, der unerkannt zu manches fügte und überall Verbindungen pflegte. Sein Wunsch war es, das alte Reich neu erstehen zu lassen, wenn die Zeit dafür gekommen war. Erik, gut dich wieder hier zu haben. Dario, der Tod deiner Mutter betrübt mich sehr. Umso mehr gilt es, diesen Angriffen ein Ende zu setzen. Die Schwarzen Ritter haben rings um Crawfords Stellung bezogen. Die Stadt liegt zwar auf einem Hügel, besitzt aber keine Mauern zur Verteidigung. Die Siedlung im Süden haben die Angreifer bereits komplett zerstört. Ihr habt das bei eurer Ankunft bestimmt gesehen. Im Westen haben sie Crawford von den Eisenminen abgeschnitten. Ihre Angriffe erstrecken sich sogar bis zu den Eisenvorkommen in den Bergen westlich der Sümpfe. Eine brenzlige Situation. Damit ist die Stadt empfindlich geschwächt. Ohne Eisen können wir nicht genug Soldaten mit Waffen ausrüsten, um die Stadt zu verteidigen. Wir können sie aufhalten, wenn wir am westlichen Zugang zur Stadt zwei Ballistertürme bauen. Diese Türme, die eigenständig auf nahende Feinde schießen, sind ein Wunderwerk der Technik. Darin, Erik, übernehmt diese Aufgabe und das Volk von Crawford wird es euch ewig danken. In der Siedlung im Süden könnt ihr eure Basis aufschlagen. Dort konnte ein kleiner Bergfried den Angriffen standhalten. Baut dort rasch eine gut funktionierende Siedlung auf. Ihr werdet sie brauchen, wenn wir die Belagerung Crawfords aufheben wollen. Und sorgt euch nicht um die brennenden Ruinen. Die werden bald von alleine einstürzen. Okay, mir fällt auf. Okay, die beiden bekommen direkt einen Bewegungsbefehl. Helias ist hier. Irgendwo muss der Regent auch gewesen sein vorhin. Der hatte ein sehr detailliertes Charaktermodell, das von der Haltung her so wirkt, als wäre es von Darius Modell praktisch eine Kopie und dann halt verändert. Ich frage mich, ob sie mit dem Charakter mehr vorhatten ursprünglich. Ah, edler Herr, ihr sucht jemanden, der euch eure Waren abnehmt. Da seid ihr bei mir genau richtig. Wenn ihr Holz überhabt, dafür zahle ich euch einen guten Preis. Gut. Ja. Ja. So gut ich kann. Ja. So, Darius scoutet mal ein bisschen. So. Hierfür benötigt er ihr Teil. Dann kann Erik nämlich sich hier um die Sachen kümmern. Natürlich. Ein Kanonengießer rührend hier rum. Ja. Wo spielst du das jetzt eigentlich bis heute Abend? Ich muss mal gucken, wie es zeitlich hinhaut mit den anderen Missionen. Ähm, so. Ihr hackt Holz. Wie ihr wünscht. Du bitte auch. Jupp. Fettig. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Miene auf. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauert. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, Dario. Wie ihr wollt. Guck mal, dass wir die ganze Stadt einmal abgelaufen haben. Okay, das mit den Wegpunkten hat gerade überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben wir den Alp über das Ohr gehauen. Und er... Dach, Chef. Dach, Chef. Ein Baum beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Kein Problem. Wie ihr wollt. Sehr wohl. Sehr wohl. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. Gut. Ja. Ja. Ja, mein Herr. In Ordnung. Ja. So gut ich kann. Der Tag der Abrechnung. So, Erik. Red mal mit ihm. Wusstet ihr schon, dass sich südlich von hier ein Siedlungsplatz befindet? Er liegt sehr abgelegen und ist deswegen von den Belagerern bisher verschont geblieben. Nettes Erdchen. Solltet ihr mal besuchen. Und er steht auch nur hier, um uns das zu sagen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, Konstruktion. Und dann brauchen wir erstmal mindestens zwei oder sogar drei Ziegelhütten und ein Sägewerk. Hätte ich auch direkt dorthin geführt. Ja, da unten ist eins. Hier müsste auch noch irgendein Siedlungsplatz sein. Also ich glaube, hier haben wir kein Problem mit dem Bevölkerungslimit. Und diese Türme hier. Ich finde es so scheinbar, dass man die nicht bauen kann. Und damit nichts machen kann. Die ganzen Sachen sind im Spiel. Wie ihr wünscht, mein Herr. Fertig, Meister. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. So, wie sieht es hier aus? Steine gibt es hier. So, ihr fördert bitte mal gerade Lehm. Ja. Eine der besten Karten. Ja, Crawford finde ich ist schön zum Aufbauen. Ja. Gab es nicht in Crawford auch irgendwo eine Schatztruhe, die man öffnen konnte? Geschafft. Geschafft. In Ordnung. Ja. In Ordnung. In Ordnung. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Wie ihr wollt. So, ist unsere Technologie erforscht worden? Ja. Ja. Wie. Wie. So, fort. Jupp. Ja. Ja. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nicht sein. Es ist Zahltag. Fertig, Meister. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um alle Siedler versorgen zu können. Sehr wohl. So, Dario, Erik, ihr geht mal gerade unten lang. Wie ihr wünscht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ja! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja! Ich hab getan, was ihr wolltet. Natürlich! So, den Straßen könnte man euch auch mal folgen. Das ist eine gute Idee, den Eingang zu blockieren. Äh, die holen sich ihre Sachen noch hier raus. Ist vielleicht ein bisschen dicht dran, aber normalerweise sollte das kein Thema sein. Veredler holen sich ihre Sachen entweder halt von der Mine, aus der Burg oder aus dem Lager. Ja! Wie ihr wünscht, einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Das sieht jetzt aber aus, als wäre ich hier gleich... Sieht schon so böse aus. Oh, ne Kiste. Natürlich! Ja! 1000 Taler?! Ja, natürlich! So belohnt man euch die Bila fürs Erkunden. Ja, natürlich, ja. Wir waren schon mal starb, wenn man dann noch Leibes macht. Ja gut, aber das mache ich nicht so oft. Ich finde, Leib eigene sind, finde ich, nicht so wichtig wie Dorfbewohner in Age of Empires zum Beispiel wären. Ähm. Wo wollen wir Platz schaffen? Ich meine, hier drüben wäre auf jeden Fall gut. Hier drüben auch. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Stau, aber das ist okay. Ich finde, die Helden, oder zumindest Dario, könnte man ein bisschen größeren Sichtradius geben. Also ich finde, mit denen zu scouten, irgendwie ziemlich anstrengend. So, aber wir können jetzt mal gucken. Sichtweite von Gebäuden. Haben wir irgendetwas, was nur von Gebäuden gescoutet wird? Hier. Genau, Leibes sind, die fallen halt ziemlich ab. Das ist bei Villager in Age of Empires definitiv nie so. Okay, ja, die Forschung macht einfach rein gar nichts. Die Technologie ist abgeschlossen. Scam. So, fahrt. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Ah, okay, wir brauchen Stein für die... Ja, das sollten wir uns dann als nächstes drum kümmern. So, wir brauchen die Festung. Dann bleibt es erst mal bei den Zweien. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produziere nicht gelogen. Liegt daran, dass das ein Skript City Guard mit Town Guard. Oh, ja, das klingt aber auch nach Blue Byte. Da hatte Guybrush ja auch mal irgendwann gemeint, dass sie bei S4, wenn sie die Modelle exportiert haben, dass die einen immer Lumberjack und die anderen immer Woodcutter hatten. Und das ist der Grund, warum er lernt hat, mit Total Commander umzugehen. Dass er die Sachen alle Badge renamen kann. Aber man muss sagen, die Karten sind schon detailliert. Also, hier ist überall was, was man finden kann. Eisen gibt es hier jede Menge. Wow. Ich finde aber, die Bauernhöfe hätten ruhig irgendwie Nahrung produzieren können. Und irgendwas hätte man dann auch damit machen können. Weil dann hätten nämlich die Mühle und der Gutshof vielleicht auch da noch irgendwas gemacht. Beziehungsweise hätte er vielleicht noch irgendwie den Ausbau zur Mühle gehabt. Und dann als separates Gebäude zum Veredeln von Nahrung vielleicht die Bäckerei. Dass du halt dann nicht mehr Brei herstellst, sondern halt richtige Brote. Also, ja, es hätte definitiv eine alternative Interpretation von Siedler sein können. Ich finde, die Teile sind alle da. Ich finde, sie sind ein bisschen ungünstig angeordnet. Hier gibt es Eisen. Sollte wir bei Gelegenheit mal entfernen. Noch ein Lehmschacht. Wir haben aber fast keinen Platz mehr für... Okay, das nächste, was wir tun müssen, ist definitiv der Siedler nicht Platz. Weil wir haben sonst einfach keinen Platz. Nützlich ist der Schwefel im Spiel. Äh, tatsächlich, ich glaube, das könnte das Siedler-Spiel sein, wo... Also, was sich zur Reihe zählt, wo... Wo Schwefel am nützlichsten sein könnte. Weil du machst Kanonen damit. Im Add-on kommen noch Schießpulvereinheiten dazu. Und Wetter-Technologie ist halt damit verbunden. Oh! Kanonen-Türme, genau. Da hat es halt Siedler versagt, wenn Schwefel nützlich ist. Dann hat Siedler-Drei ja auch versagt, weil die Amazonen machen halt so richtig viel mit Schwefel. Siedler-Drei ja auch versagt, oh, oh, das ist jetzt ein Hot-Take. So, diesmal können... Ne, wir dürfen noch nicht unser Dorfzentrum ausbauen. Wie schade. Multiplayer-Spielst du sogar hauptsächlich, weil die Scharfschützen so stark sind. Ja, deswegen kann... Das ist die Sache, aber ich kann den Multiplayer... Der wird nicht in der Hauptspiel-Review drin sein. Ich werde nämlich die Add-ons ausklammern und das... Der Multiplayer wird ja regulär mit Legenden gespielt. Aber dadurch, dass die Spiele halt technisch separiert sind, kann ich keine Add-on-Mechaniken hier nutzen. Siedler-Drei ist halt... Wieso ist Siedler-Drei gruselig? Was ist an Siedler-Drei gruselig? So. Ich habe hier einen zweiten Lehmschacht, aber ich sehe das so und denke... Warum soll ich das ausbauen, wenn ich einfach mehr Ziegelhütten bauen kann? Außer, dass die Ziegelhütten hat Steinkosten, aber... Das tun aber noch genug andere Sachen. Wird erledigt. Es beginnt zu regnen. Ich habe es schon mal gesagt, ich kann es mir noch nicht erklären. Okay. Ist es nicht wundervoll hier? So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit unserer Zeit? Irgendwas in Siedler-Drei wirkt auf meinem Gehirn einfach falsch. Okay. So ein Uncanny Valley-Effekt sozusagen. Doch, ihr geht jetzt. Ihr holt mir Steine. Nehmen wir mal diese Widersprüche. Komm, macht mal Alchemie. Weiß nicht genau, was das ist. Das ist dieser Effekt. Zum Beispiel, also CGI-Animationen von Menschen haben das oft. Dass es nah dran ist, aber nicht ganz richtig. Und deswegen wirkt es oft auf Menschen dann sehr gruselig. Oder generell, wenn du irgendwie Sachen hast, die einfach nicht ganz richtig wirken. Also zum Beispiel eine flackernde Straßenlaterne kann diesen Effekt auch hervorrufen. Oder ein Teddybär mit einem menschlichen Gebiss. Das sind so die Beispiele, die ich kenne. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Also Holz braucht man echt nicht viel. Beziehungsweise die Laibis sind da halt wirklich sehr, sehr effizient. So, wir können die Schmiede bauen. Aber die Schmiede ist nicht das, was wir haben wollen. Also noch nicht. Ich will erstmal Steine kloppen. Hier bleib ich gern. Eventuell ist der Fehler einfach, dass der S3 nicht S4 ist. Eventuell ist der Fehler in S4 aber auch, dass es nicht S3 ist. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Aber es ist keins mehr frei. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ich sehe auch gerade hier die Technologien. Ich glaube, bis man die kriegt, sind sie halt auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Also leib eigenes Skalieren hat wirklich sehr, also gar nicht. So, ihr seid fertig. Dann holt euch mal das Eisen. Da könnte man doch noch... Dann kann man euch als nächstes mal hierhin expandieren. Wer hat jetzt die Hot Takes? Tja. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen auf das Video sein werden, wenn es fertig ist. Stimmt, bei den Schuhen profitieren alle. Kommt, geht schon mal hier rüber. Wird erledigt. Feinde greifen eure Häuser an. Huch. Fertig, Meister. Das Gebäude ist ausgebaut. Ja, ist gut. Okay, dann räumt da mal bitte auf. Ja, natürlich. Ach, hier ist noch der Einsiedler. Ja. Ihr wollt in die Sümpfe? Ist aber nicht ganz ungefährlich, werter Herr. Da treiben sich viele Räuber rum. Vor allem da hinten im Steinbruch. Habe ich vor kurzem welche gesehen. Wo der ist? Na, immer nach Westen halten. So soll es sein. So soll es sein. Einer eurer Hilden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Wie ihr wollt. Ja. Kiste. Nichts drin. Super. Ähm. Da spawnt keine Einheiten nach, oder? Folgt mir in den Kampf. Ein Hild ist in großer Gefahr. Mach es im Selbstbau nicht so gut. Dann lassen wir es stehen. Ich fände es auch ungünstig, dass man auf Helden überhaupt nicht aufpassen muss. Na gut. Wie ihr wünscht. Natürlich. Wie ihr wünscht. Ja. Jawohl. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen. Der Tag der Abricht. Die Steuern und Sold werden bezahlt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Einer eurer Hilden wird angegriffen. Baut mehr Bauernhöfe. Ich muss... Ich habe nicht auch gesagt, wie die Wirbelattacke gecodet ist, weil... Die hat ja auch eine ziemlich große Variante, wie viel Schaden sie macht. Beziehungsweise halt, wie viele Einheiten sie trifft. Natürlich. Jetzt kam mir gerade ein Soundalarm, aber ich sehe nichts im Feet. Ja, ich weiß. Wenn du Buff anmachst, dann haut der Wirbelschlag auch mehr rein. Dario, steh nicht rum und greif an. Also ich weiß gar nicht, was den Soundalarm ausgelöst hat. Aber gut, dann... Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Boah, dieses Flackern, ne? Das ist sowas von nicht aussagekräftig. Ja, okay. Ich baue euch noch ein paar Häuser. Hoch. Ja, klar. Lauf einfach auf die Bogenschütze zu. Oh, super Idee. Yo, einfach mal den kompletten Tropfen. Da im Schlag. Hörst du das? Ach, kräftig. Ich hab das Gefühl, der Radius ist ziemlich trostzügig, indem er reagiert. Und das hilft halt überhaupt nicht. Super, der Bauer hat keinen... So, schmieden uns Spiegelhütten. Aber wir haben keine Schwefel mehr. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Und dann... Dann haben wir den Alpen übers Ohr gehauen. Und der... Da, Chef. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wir wollen mehr Bauer nur für... Wir wollen Würmer! Wie war das? Konnte man Startwaren veredeln? Fertig, Meister! Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. All eure Wunscher sind benötigt. Kann ich den schon Abos bauen? Das Lager? Es gibt nicht genug zu... Nee, ist noch nicht verfügbar. Aber wir bauen trotzdem mal eins. So, ihr seid fertig. Leibeigene haben erst Feierabend, wenn sie tot sind. Das ist richtig, weil sie Leibeigene sind. So, sie gehören nicht sich selbst. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ausbau vollbracht. Pöpig, wenn's denn sein muss. Ihr solltet die Wäsche... Okay, anscheinend ist der Weg... Holen sich... Ich dachte, holen sich Veredler nicht aus der... Aus der... Aus der Grube? Ich hatte im Kopf, dass sie sich auch aus der Grube holen können. Wenn nicht, dann ist das definitiv ein Denkfehler. Weil... Sollte so sein. In der Zeit war das Konzept Selbstbestimmung wohl nicht so gängig. Nee, Leibeigene waren keine freien Menschen. Also sie waren... Sie hatten mehr Rechte als Sklaven. Das schon, aber... Sie konnten... So... Sie hatten nicht... Die Freiheit. Wir holen die Ressourcen noch aus der Grube. Ja, ein paar sind aber jetzt hier lang gelaufen zum Lager. Und so habe ich es eigentlich auch in Erinnerung. Deswegen wäre ich jetzt überrascht, wenn es nicht so ist. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches... Haupthaus und Lager hauptsächlich. Ja, aber ich meine, wenn ich hier... Ich habe sie jetzt extra hierhin gebaut. Wieso nicht immer den kürzesten Weg? Aber gut, aber solange sie all die Sachen berücksichtigen, ist das okay. So, ich rüste mich erstmal hier selber mit Ballista-Türmen aus. Sie haben sicher einen Anziehungswert in der Wegfindung. Ja, aber es macht ja keinen Unterschied. Deswegen würde ich eigentlich vermuten, dass... Dass sie da nur wirklich mal auf die Distanz gucken, weil das ist das Einzige, was eine Rolle spielt. Also es gibt keinen Grund, ihnen einen Anziehungswert zu geben. Außer Bluebeide hatte mal irgendwann mehr damit vor. Oder auch hier jetzt wieder. Wieso soll ich mehr als eine Eisengrube bauen, wenn ich einfach mehr Schmieden bauen kann? Ausbau vollbracht. Eisen bin viel schneller produziert als Schmieden. Ja, gut. So, ihr solltet dann eigentlich nicht mehr benötigt werden hier. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe. Um all eure Siedler versuchten. Aber ich sag halt, ich finde... Die Schmiede sollte eigentlich eine Eisenschmelze sein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Aber was ich sag mal, so auf Geschwindigkeit ist, finde ich... Ich kann ja beliebig viele Schmieden bauen. Auch jetzt hier, die beiden Ziegelhütten... ...sind relativ langsam im Vergleich zur Lehmgrube. So eher würde ich die ausbauen... ...oder noch welche bauen, als jetzt unbedingt die zweite Lehmgrube zu besetzen. Hier bleib' ich gern. Schmiede ist gern mal... Ja, gut. Ne, das sind halt die Sachen. Also, das sind halt die Sachen, wo du auch ein bisschen steuern kannst. Was, äh... Was der Spieler macht. Sie schebert. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Auf der Suche nach guten Geschäften, wie? Na, da seid ihr bei mir genau richtig. Habt ihr Lehm über? Dafür zahle ich den besten Preis in der Stadt. Jetzt hast du dann zwei Steingruben gebaut. Weil Stein brauche ich schon in größeren Mengen. Siedler veredeln im Vergleich zur Steinmetze unendlich langsam. Ja. Herrisch, ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Na, gut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, ich... Das ist so ein Ding. Ich finde das sehr, sehr komisch gestrickt. Generell. Also... Ich finde, die Veredelungsgebäude bauen zu können, sollte halt wirklich schon direkt davon abhängen, was die Grube produziert. Aber es sollte schon auch der nächste Schritt sein. Wenn man seine ersten hat. Dass man halt... Man scoutet. Oder man investiert halt in die Dinger. Aber ich finde, dafür müssten zumindest Sägewerke und Lehmhütten halt ohne Forschung funktionieren. Weil ich finde, es wirkt sehr seltsam, dass du im Grunde genommen nur fünf Gebäude zum Anfang bauen darfst. Eins davon baust du nur einmal. Zwei davon produzieren nicht selbst. So, ich baue hier mal noch gerne einen dritten Turm, dass der tankt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Natürlich. Feltig. 250 Holz. Okay, der Text ist echt schwer zu lesen auf der Auflösung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Hier lässt er sich gut leben. Ausbau fertig. Kein Problem. Zahltag. Ihr benötigt mehr Lehm. Ausbau vollbracht. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Hoch. Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Bissen an. Baut das mal bitte. Solange die auf den... Bauernhof zielen. Neue Technologie erforschen lassen. Nutzen wir das mal aus. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Fertig, Meister. Jupp. Ich bin wieder. Irgendwas hat mich Motivation gekostet. Geht die runter, wenn Arbeiter getötet werden? Ich meine, es würde Sinn ergeben. Hältstück. Fertig. So, ihr geht wieder hier hin. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wenn's denn sein muss. Sie schebert. Jupp. Wenn's denn sein muss. Zahltag. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Sie schebert. So, fang. Ich hab getan, was ihr wolltet. So, wir bauen einfach mal ein bisschen Grüssen wahnsinnig. Ja, ja. Das Gebäude ist ausgebaut. Fertig, Meister. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Man muss sich zum Beispiel schießen keine Pfeile. Nee. Aussichtstürme sind eigentlich komplett useless. Außer, dass du sie halt ausbaust zum, äh, zu den, zu den anderen Türmen. Aber da unsere Gegner ja hier an der Stelle auch schön geduldig warten mit ihren Angriffen, sehe ich mich jetzt auch hier nicht unter Druck. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Ist hier irgendwas von Rohstoffen, was man abgraben kann? Sieht nicht so aus. Ich bin fertig hier. Dann kann ich jetzt Feierabend machen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Ruhengeschubse? Zahltag. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Es gibt nicht genug zu essen. Ja. Wäre ja, um mir anzugreifen, bevor die Verteidigung besteht. Ja, eben. Also, Fairplay ist wirklich unterschätzt. So, da habe ich dann die Missionsuhr an. Aber die muss ich bei jeder Mission neu starten. Das nervt ein bisschen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Es regnet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wird erledigt. Der Feind attackiert eure Siedlung. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, Bogenschützen gegen Ballistatürme. Das ist ein Match-Up. Das nehme ich immer gerne. So, wir brauchen aber bald mal eigene Truppen. Auf der Nächste sieht der Analyst. Nein. Nein, nein, nein. Also, da bin ich auch gar nicht in den, in den, so Karten-Idiators zum Beispiel, gar nicht genug drin, um da ordentliche Testumgebungen draus zu machen. Aber kann man den Wettereffekt ein bisschen rumstellen? Ich find den sehr anstrengend. Ne, sieht nicht so aus. Wir können definitiv noch auf mehr, äh, mehr Steinbruchhütten gehen. Ja, ja. Nichts lieber als das. Natürlich. Ihr habt nicht genug Lehm. Das Gebäude ist ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Das Gebäude ist ausgebaut. Das habt ihr gut gemacht, Dario. Von dieser Seite wird Crawford nun nicht mehr so leicht zu nehmen sein. Aber die Stadt ist noch lange nicht sicher. Um die Angriffe aus dem Osten zurückzuhalten, müsst ihr auch dort zwei Ballistertürme bauen. Diese Verteidigungswaffen scheinen den Angreifern ordentlich Respekt einzuflößen. Achtet darauf, dass die Horden nicht nach Crawford vordringen. Das wäre unser aller Ende. Ja, zum Glück passiert da auch nichts. Alle Pfeifer kommen aus diesen Gebäuden her. Wenn ihr sie zerstört, werden die Angriffe bestimmt aufhören. Ja, das hat aber höhere Priorität jetzt hier drüben. Der Grundauftrag wiederholt sich jetzt, glaube ich, auch dreimal. So, ihr müsst auch noch den Schießstand bauen. Genau, es löst ihnen so viel Respekt ein, dass sie jetzt, wo die Dinger stehen, angreifen und nicht vorher. Ah, wir kriegen aber eine Schützen, ja, sind gut, aber wir können sie noch nicht upgraden. Schwerkämpfe, verbessert wirst du von Schützen. Sehr gut. Das geht wenigstens schon mal. Brauchen wir noch ein Sägewerk? Eigentlich nicht, ne? Es gibt so viele Bäume hier. Zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Aber gern. Natürlich. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Der Tag der Abgeordneten für Steuern und Solche bezahlt. Ja. Wir haben Reserven. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Aber wir produzieren trotzdem schon mal die Upgrades. Und aufgebaut. Und aufgebaut. Herrisch. Ja, Herr. So, und die Dinger bauen wir noch aus. Dann machen wir nämlich noch ein Haus groß. Jetzt muss ich an das Leben des Brian denken. Ich habe nur nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf. Seid unbesorgt! Ja! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ein Held ist in großer Gefahr. Also Bogenschützen... Aber sie sind auch so günstig. Die haben ja wirklich nur Holz gekostet. Klar, du brauchst höhere Forschung, was Sinn ergibt, weil das müssen die Leute ja auch erstmal können. Das hat seinen Grund, warum es in England lange Zeit Bürgerpflicht war, Bogenschießen zu können. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Da können wir nämlich auch das, äh, auf Zentrum übernehmen. Wird erledigt. So fast. Baue ich jetzt für den einen Dude? Ja, komm. Sonst höre ich davon nie das Ende. Wie zur Hölle funktioniert dieses Wasserrad? Wo kommt das Wasser her? Ja. So. Oh. 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 Einer eurer Arbeiter wird angegriffen. Macht sie nieder! Hoch. Oh. Ach, da ist noch ein Ballistaturm. Ähm. Erik, Dario, kümmert euch mal drum. Oh. 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 Verstehen. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ähm, reparieren wir es mal bitte? Zeit, Zeit! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Macht sie nieder! Der bleibt jetzt stehen. So soll es sein. Dann setzt sich die Bogenschützen nämlich mal auf die 2. Und dann können Helden und Nahkämpfe auf die 1. Wir kümmern uns darum. Angriff! Wird erledigt. Folgt mir in den Kampf! So, wozu brauchen wir jetzt immer die Ballistatürme hier drüben? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Angriff! Sie schüttet nichts lieber als das. Angriff! So, Dario, guck mal, was hier ist. Sehr wohl. Ja, es ist Zahltag. Ja. Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Wow. Einer der Hilden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Noch ein Ballistaturm, der einfach... Wie ihr wollt, wie ihr wünscht, meine Hilden. Nichts verteidigt. Also nichts von Wert zumindest. In Ordnung. In Ordnung. Wie ihr wollt. Sehr wohl. In Ordnung. Sehr wohl. Da ist Schwäfel. Warum sagt er es denn niemand? Entschuldigt all die Federn. Er ist in der Mause. Ja, wird gemacht. Er ist in der Mause. Musik So, ich will ein paar Schwerdkämpfer, die einfach mal hier rumlaufen können. Musik Jo, genau deswegen. Musik Euer Wunsch ist mir Befehl. Zahltag! Dafür sind wir genau die Richtigen. Geschafft! Musik Ja, das... Ich werde total angegriffen hier. Mhm. In Folklung wird das sehr nervig, weil dann schnell ein Verbündeter angegriffen wird, aber es sind keine richtigen Angriffe. Aber das zieht halt verdammt viel Aufmerksamkeit. Holy shit. Hallo. Auf in den Kampf! Macht sie nieder! Macht sie nieder! In Ordnung! Ja! Hallo. Ich will den... Komm, mach Angriff. Sie greifen an. Ich glaube, ich muss mal mehr Gebrauch von Attack-Move machen. Attacke! Warte, 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 warte. Du hast mich... ...so viel verpasst eigentlich. Ich habe einen Schwefel gefunden. Ich habe die eine Basis zerstört. Kein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Die andere mache ich jetzt. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ich weiß ja nicht, seit wann du weg bist. Der Tag der Abbrechen. Steuern und Soldaten. Zack. Wie ihr wünscht. Ja. Attacke! Ihr werdet angegriffen. Für Ruhm und Ehre. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch Opfer, was es gibt. Es gibt nicht genug zu essen. Für Ruhm und Ehre. Nein, 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 nein. Greif den Turm an. Sie sind gemästet. Folgt mir, Brüder. Einer eurer Helden wird angegriffen. Lehrt sie das Fürchten. Gerb. Das kann ich. Seid unbesorgt. Lehrt sie das Fürchten. Ja, Herr. Ergreift sie. Ja, mein Herr. Macht sie nieder. In Ordnung. So soll es sein. Wird gemacht. Ihr werdet angegriffen. Wie lange hält Eriks Fähigkeit bitte? Natürlich. Wird erledigt. Angriff. Das war doch bestimmt jetzt eine Minute. Für Ruhm und Ehre. Der Tag der Abwech. Steuern und Sold. Lehrt sie das Fürchten. Feinde greifen euch an. So, warte, warum wollt ihr noch mal hier Ballistertürme haben? Ich hab keine da drüben, euch welche hinbauen. So, hier. Abgesehen davon, dass die Bedrohung beseitigt wurde. Ja. Fertig, Meister. So, wir müssen mal eben unsere Truppen wieder auffrischen. Sie schütteln. Ich hab getan, was ihr wolltet. Es ist Zeittag. Ähm, hallo? Kannst du mal bitte? Ja. Und dann, dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und er... Da, Chef. Fertig, Meister. So, und dann möchte ich auch noch eine Alchemistenhütte haben. Sicher das? Ja, ja. Jaaa. Warten wir noch grad mit dem Ausbau für die Aussichtstürme da drüben. Dürfe produzieren nicht genug Essen. Ich tue mein Bestes. Wie soll ich mich konzentrieren? Aber Erfahrung hat jetzt, glaube ich, keiner von denen gesammelt, oder? Wird gemacht. Das kann ich. Fertig. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Es regnet. Ausbau fertig. Sehr gut. Die Belagerer haben leider bemerkt, dass sie einen neuen kundigen Gegner bekommen haben und verstärken ihre Angriffe immer mehr. Wie denn? Wir sollten auch im Nordwesten von Crawford zwei Türme bauen. Dort ist die Stadt weiterhin sehr anfällig. Rechnet außerdem mit verstärkten Angriffen. Eurek, das ist eine Aufgabe für dich. Schlag sie zurück. Lass doch einfach das Tor zu. Die Angreifer kommen aus diesen Gebäuden. Diese Gebäude, ja, diese Gebäude nicht mehr existieren. Wie ihr befehlt. Wir erledigen das. Hättest du ruhig mal wenigstens einen Check reinmachen können, ob die Gebäude überhaupt noch stehen. Ich meine, bei Talgrund hat es ja anscheinend auch funktioniert. Eine verschlossene Tür. Ja, weil Mauern und Tore können nicht angegriffen werden. Wie erforscht. Das kann ich. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, natürlich. Ja. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Der Sommer kehrt zurück. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ist das nicht wundervoll hier? Dass die Bauernhöfe auch keine Felder anlegen, ne? Dass man irgendwie wenigstens aussieht, als würde jemand für Nahrung sorgen. Kann man die Bauern und Spiel selber bauen? Nein. Das fand ich als Kind auch immer nervig. Der Bischof hat verboten, dass dieses Tor geöffnet wird. Wie ihr wünscht. Ja. So, hier haben wir die beiden Stadtwachen, dumm und dümmer. Ja, natürlich. Auf Anordnung des Bischofs bleibt dieses Tor geschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. Der Bischof hat verboten, dass dieses Tor geöffnet wird. Auf Anordnung des Bischofs bleibt dieses Tor geschlossen. Es gibt nicht genug zu essen. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Umgeschubse? Natürlich. Aber wenn ich den jetzt im Ballistaturm mache, dann werden die wahrscheinlich wieder an den Zelten hier. Na, und so. Hier mal eine Kiste. Hier ist auch noch eine Kiste. Die habe ich vorhin gar nicht aufgemacht. Ich finde aber irgendwie... Ja, ich finde, man kann nicht weit genug rauszoomen. Und das macht es super nervig zu scouten. So, wir müssen auch noch mit dem Bischof irgendwann reden. Hier. Das heißt, ich bringe Dario schon mal in Stellung. Das heißt, ich bringe Dario schon mal in Stellung. Sag dich ja, das, das, jedes Mal. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Sie scheppert. Ausbau ist hervorragend. Ohne eure Hilfe hätte die Stadt nicht so lange gehalten werden können. Ähm, what? Sie können stolz auf euch sein. Wir sollten nun einen Weg finden, die Belagerung zu beenden und den Anführer der schwarzen Truppen in die Flucht zu schlagen. Sein Hauptquartier hat er in dieser alten Feste bezogen. Von dort kontrolliert und steuert er die Angriffe auf Crawford. Wenn es gelingt, ihn hier anzugreifen und aus seinem Schlupfwinkel zu treiben, wäre das der Sieg. Der direkte Weg zu ihm ist allerdings versperrt. Ihr müsst eine Möglichkeit finden, das Tor zu öffnen. Vielleicht sprecht ihr mal mit dem Bischof von Crawford. Ich traue ihm nicht recht über den Weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er als Kirchenmann über Informationen verfügt, die geheimer Natur sind. Auch solltet ihr unbedingt Regent Dorfbar aufsuchen. Als Herr der Stadt wird auch er natürlich großes Interesse daran haben, dass die Belagerung endlich beendet wird. Und vielleicht findet ihr sogar noch mehr Leute, die euch helfen könnten. Wie ich sehe, trägst du das Amulett deiner Mutter am Herzen. Zusammen mit den Artefakten, die dein Vater in alle Richtungen bringen ließ, ist der Ort das Symbol für die Weisheit und Macht des Königs des Alten Reiches. Was Dario nun von seinem Onkel erfuhr, machte ihn Schauder. Er war der rechtmäßige Thronfolger, der Sohn des Alten Königs Kero. Das wussten wir doch schon. Das Amulett seiner Mutter war ein Symbol dieser Macht. Eine Macht, die um ein Vielfaches wüchse, wenn Dario auch die anderen Teile um das Amulett fände. Lasst uns die anderen Teile des Orbs zusammentragen, damit ich das Volk als rechtmäßigen König anerkennen werde. Du stehst im Feuer, Helias. Ähm, ja, ich habe ein paar Probleme hiermit. Ich meine, es ist jetzt... Die können ihr eigenes Tor nicht aufmachen. So, die Belagerung, von der habe ich sehr wenig gemerkt. Und ja, nach den Testfrühen kommen wir jetzt nach und nach der Playthrough. Willkommen zum Stream, Dennis. Gott zum Gruß, edler Herr. Man sagt, ihr habt die Stadt gegen Angreifer verteidigt, wie der Erzengel Michael. Ich denke, ihr seid auch einer dieser kriegslösternden Burschen, die lieber das Schwert schwingen, wie Sankt Georg, als mit dem Verstand tätig zu werden, wie Sankt Thomas Aquinus. Wohl, wohl. Ihr seid da scheinbar nicht anders, als dieser Dorf war. Der meint, in der Stadt regieren zu können, wie Herodes Antipas. Der wird am liebsten ein riesenhaftes Heer aufstellen, wie David gegen die Philister, und unsere Männer ins Verderben schicken. Jetzt hilfe das gegen die dunklen Horden, die den apokalyptischen Reitern gleichen. Doch gottlose Kriegstreiberei bringt der Stadt nur Not und Elend. Weit besser wär's, die Belagerung zu beenden, nicht in offenem Kampf, sondern mit List, wie ein Skidion es tat. Ich wüsste wohl wie. Wollt ihr meinen Vorschlag hören? Vielleicht gleicht ihr ja mehr dem weisen Salomon und lasst Vernunft walten. Gebt mir 2000 Taler, und ich werde wie einst Papst Leo der Große vor Attila zum General der Schwarzen Ritter gehen. Für blickendes Gold wird er mit seinen Truppen von dannen ziehen. Jeder Mensch ist käuflich, so wie einst Judas für 30 Silberlinge. Nun, was haltet ihr davon? Ihr gebt mir das Geld und seid aller Sorgen ledig, wie das erste Menschenpaar im Paradies. Auch das Schicksal der Stadt braucht euch nicht zu bekümmern. Doch solange ich das Geld nicht habe, muss das Stadttor geschlossen bleiben, wie einst die Türflügel von Gaza. Weh, oh weh! Fliehen muss ich wie einst Absalom vor David. Der Bischof haut ab. Was führt er im Schiff? Ich habe doch gar nichts gemacht. Fasst ihn. Zu Befehl. Wow, was für eine tolle Synchro. Weh, jetzt ist alles aus. Wie ein, zwei, ach, keine Ahnung bei wem. Wollte doch der Kerl tatsächlich zum Feind überlaufen, diese schändliche Schlange. Er hat wohl die ganze Zeit mit den dunklen Horden paktiert, der falsche Fuchs. Und nun, da wir immer stärker wurden, sah er seine Felle davonschwimmen und wollte sie aus dem Staub machen, der glatzköpfige Geier. Und mit einem Sack voll Geld wollte er sich die Gunst des Generals der dunklen Horden erkaufen, der hässliche Hund. Uns wollte er immer erzählen, er würde eine diplomatische Lösung suchen, unsere Feinde zum Abziehen bewegen, der widerliche Wurm. Dario, gabst ihr ihm Geld für seine verräterischen Zwecke, diesem ekligen Egel? Wir werden euch das selbstverständlich ersetzen. Ihr konntet ja nicht ahnen, welch falsches Spiel der Bischof spielte, dieser miese Molch. Meister, jetzt, da der Bischof in Gewahrsam genommen ist, dieser scheinliche Heilige Kerl, nun jedenfalls können wir jetzt das Stadttor bestimmt passieren. Der Weg zur alten Burg ist frei. Ja, und jetzt kommt auch direkt ein Angriff, sogar mit Kanonen. Was war das bitte für eine Szene gerade? Vor allem, der Bischof hätte einfach mal nicht so viel rumschreien müssen. Dann wäre er auch noch durchgekommen damit. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Streitet furchtlos. Angriff! Angriff! Vorsicht, Kameraden! Jawohl, wie ihr wünscht. Ja, mein Herr! So, aber man konnte auch noch mit dem Reg... Okay, mit dem kann man jetzt nicht mehr sprechen. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass man auch wirklich die Tributzahnung veranlassen muss selber. Mutti hat, wie ihr wünscht. Seid unbesorgt. Leert sie das Fürchten. So, direkt auf die Festung. Ergreift sie! Für Ruhm und Ehre! Einer eurer Helden wird angegriffen. Für Ruhm und Ehre! Wir kümmern uns darum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Auf in den Kampf! Kommt bitte mal bitte. Nur Mut! Wir werden siegen! Man merkt gerade, finde ich, also Attack Move ist nicht mehr der Standard. Kann es aber auch in diesem Spiel nicht sein, weil man jetzt Gebäude angreifen kann und die Einheiten sonst ständig an Gebäuden hängen bleiben würden. Leert sie das Fürchten! Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben! Dank der Hilfe von Helias, Dario, Erek und seinen Mannen, war es gelungen, die Belagerung um Crawford aufzuheben. Der feindliche Anführer hatte jedoch durch einen unterirdischen Geheingang fliehen können. Es stellte sich heraus, dass es niemand geringeres als der schwarze Ritter Kerberos war, ein Handlanger des schändlichen Mordrett. Als man den verräterischen Bischof durchsuchte, fand man ein Teil, das zu Darios Amulett passte. Noch wusste niemand damit etwas anzufangen, aber es schien eine seltsame Macht von ihm auszugeben. Das nächste Ziel sollten die Städte Claycourt und Barmessias sein. Ursprünglich geeint, bildeten sie nunmehr zwei völlig voneinander geschiedene Reiche. Bei diesen verfeindeten Reichen bestand nach Helias Aussagen nicht nur Wirkungsarbeit für ihn. Es galt auch, Verbündete und Freunde für die Gemeinschaft zu gewinnen, die sich der Wiedererrichtung des Alten Reiches annehmen würden. Als Zeichen der Anerkennung erhielt Dario vom Regentendorf Bar eine neue Rüstung. So hatte er mit Crawford bereits eine verbündete Stadt hinzugewonnen. Deswegen zeigt er uns auch nur von hinten. Ich finde es nicht günstig, dass sie hier Kerberos schon zeigen, aber das erste, was wir ihn machen sehen, ist, dass er wegläuft. Wir haben noch nicht das intelligente Attack-Muffels-Einheit übergebracht. Ja, das verstehe ich auch nicht. So, eine schaffen wir noch. Ehemals standen die Reiche von Claycord im Süden und Barmessia im Norden gemeinsam unter der Schirmherrschaft zweier Brüder, die sie zusammen regierten. Der eine Bruder beutete das Land für den Bau von Armeen aus und zerstörte damit das Werk Gottes aus der Sicht des Anderen. Der friedliche Bruder hingegen wurde beschuldigt, durch seine Tatenlosigkeit der dunklen Armee des Kerberos in die Hände zu spielen. Aber der erbitterte Kampf um Rohstoffe und Land entzweite sie. So entstanden zwei voneinander streng geschiedene, eigenständige Städte. Es galt beide Städte als Verbündete für die Wiedererrichtung des Alten Reiches zu gewinnen. Claycord hatte große Sorgen mit seinen Ländereien. Jahrelang waren sie rücksichtslos ausgebeutet worden und lagen nunmehr brach, wie ausgebrannt. Seit Jahren hatte es in diesen Gegenden nicht mehr geregnet. Aus diesem Grund lag wohl auch diese kleine Burg, fernab von Claycord, ungenutzt in der Einböde. Willkommen, meine Freunde, in dieser Ödnis. Ihr solltet den Bürgermeister von Barmessia aufsuchen. Er hat eine Aufgabe für euch. Ich selber werde in der Gegend nach Zeugs suchen, was ich für meine Erfindungen brauchen kann. Diese Ruinen könnten ergiebig sein. So, Dario, Lauf. Lilias ist leider so ein bisschen ein Age of Empires mönnig in schlecht, weil Überzeugung dauert ewig und wird, glaube ich, unterbrochen, sobald er irgendwie von irgendwas getroffen wird. Ich hab getan, was ihr wolltet. Sieht ja alles sehr ergiebig hier aus. Ja, ist gut. Fertig, Meister. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mühle auf. So, dann brauchen wir jetzt nächstes ein Haus. Aber gern. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlöse-Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. So gut ich kann. In Ordnung. Ja, mein Gott. So gut ich kann. Ich hab getan, was ihr wollt. Ja, aber es ist hier nicht bei dem, äh... Wie ihr wollt. So gut ich kann. Okay, nee, hier ist, äh, der Rand der Map, ne? Ich dachte, doch, hier gab's doch irgendwas. Ach nee, hier wird, glaub ich, später die, äh... Ja, ich wende auch nicht. Ich glaub, Teile der Map findet man nämlich auch später wieder. So gut ich kann. Gut. Hallo Herr, wir hatten letzte Nacht einen Vorfall mit einer Diebesbande. Wir wissen noch nicht, was alles abhanden gekommen ist, aber Diebstahl ist Sünde vor dem Herrn. Unsere Spähe haben sie dort entdeckt, aber wir sind ihnen in der Wildnis nicht gewachsen. Sie haben bestimmt ihr Quartier in einem benachbarten, verlassenen Lager aufgeschlagen. In alten Zeiten war dies einmal einer unserer Vorposten, aber irgendwann verjagten uns Kerberos-Truppen von dort. Vermutlich werden Kerberos-Truppen den Schlüssel nicht freiwillig herausrücken wollen, aber vielleicht schafft ihr es ja auch, die Diebe dingfest zu machen, bevor sie sich dorthin flüchten können. Macht die Diebesbande dingfest. Ja, es ist Zaltag. Sehr wohl. Ich finde es auffällig, wie sie von Anfang an Kerberos und Mordred so komplett austauschbar behandeln. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Ja. Pass auf, Alcuna, erst mal die Gegend hier ein bisschen. So soll es sein. Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen. Wir brauchen die Hochschule. Hier gibt es leckere Essen für wenig Teile. Ich gebe euch ein super Angebot in eure Handelsmenü. Wenn euch das gefällt, ich habe noch weitere Angebote. Kauft mein Eisen, ihr findet kein besseres. Ja. Ja, mein Hund. In Ordnung. Ja. Ja, mein Hund. Gut. Ah, okay. Die verwenden die Map tatsächlich später wieder. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja! Ihr benötigt mehr Lehm. Na gut. Sehr wohl. Gut. Sehr wohl. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich habe getan, was ihr wolltet. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Guten Tag. Willkommen zu meiner leckere kleine Shop. Ich mache euch super Angebot. Euer Holz für meine Eisen. Schaut in euer Handelsmenü. Ich brauche ständig leckere Holz, wenn ihr noch mehr habt. Immerher damit. Qualität Eisen für Eisen. 30 Jahre Garantie. Gut. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ja. Wird erledigt. So, das war der Grund, warum ich rausfinden wollte mit den Überstunden. Weil ich finde, hier auf der Karte merkt man auch wieder, dass es eigentlich am Anfang relativ wenig machen kann, außer scouten, bis Rohstoffe reinkommen. Zumindest, wenn wir nicht irgendwo einen zweiten Lehmschacht finden. Hier könnte einer sein. Fettig. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es ist Zaltag. Ja. Genau, hier ist noch ein Lehmschacht. Ihr benötigt mehr Lehm? Ja, ist gut. Ja. Ja, gern. Ja. In Ordnung. Ja. Moment, ich starte mal kurz neu. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe mit dem Patch. Ah, hier. Jetzt sehen wir nämlich das hier. Ich hoffe nur, dass der Spielstand jetzt kompatibel ist. Sehr wohl. Gut. Ja. Sehr wohl. Einstmals war es besser um die Stadt bestellt. Doch ein Krieg um die Erbschaft und die Zwietracht unter unseren Regenten schürte den Hass in den Herzen. Aus Angst vor der dunklen Bedrohung trieb der eine Bruder, der nunmehr Bürgermeister von Claycourt ist, seine Anhänger in den Krieg. Und zerstörte somit das Werk Gottes. Er beutete die Natur aus. Baute Rohstoffe ab, um Handel zu treiben und so eine Armee gegen die dunkle Bedrohung aufbauen zu können. Dieser Kriegstreiber. Ja, die dunkle... Die Armee ist ja auch kein Problem. ...dem, was er Fortschritt nennt, auch rücksichtslos die umliegende Natur. Ihr habt es vielleicht gesehen. Das verdorrte Land östlich von Claycourt. Der andere Bruder ist unser Bürgermeister. Er war schon immer ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er vertraut auf Gott. Und so sollten auch wir tun. Als Zeichen unseres Glaubens und um einen neuen, rechtmäßigen Regenten zu krönen, wollen wir einen Dom errichten. Sehr wohl. Gut. Sehr wohl. So, jetzt müssten wir das ja auch sehen können, ne? Dass die... Dass die Leibeigenen jetzt auch automatisch weiterbauen. Wo sind meine Holzfäller? Ja, na gut. Selbstverständlich. Seid gegrüßt. Ihr müsst auf der Hut sein. Die Eisenvorräte in diesem Gebiet werden gehortet von einem versprengten Trupp. Man sagt, es wären die dunklen Horden des General Kerberos. Ohne Kampf werden die sicher nicht zu vertreiben sein. Viel Erfolg auf euren Wegen. Wenn Gott es so will. Fertig, Meister. Ne, wenn ich es so will. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Essen an. Es ist Zeittag. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gut. Sehr wohl. Wie ihr wollt. So gut ich kann. Gut. Ja. Gut. Ich finde es auch nicht günstig, dass Claycott die gleiche Farbe hat oder eine ähnliche Farbe hat wie Kerberos. So gut ich kann. In Ordnung. In Ordnung. Gut. Gut. So gut ich kann. Gut. So, fort. Ja, aber gern, kein Problem. Ja, gewiss gab es schon bessere Zeiten. Aber sollte unser Bürgermeister wirklich dem Drang seines Bruders nachgeben und uns ohne Schutz Kerberos Armee ausliefern? Ja, der Bruder unseres Bürgermeisters. Der Bürgermeister von Barmessia war schon seit jeher ein Mann, der auf Gottes Gerechtigkeit vertraute. Er zieht es vor, Kathedralen und Universitäten zu bauen, als ein schlagkräftiges Heer auszuheben und einen blühenden Handel mit Waffen zu gestatten. Unser Bürgermeister nimmt die Sachen lieber selbst in die Hand und regiert nun unsere stolze Stadt Claycourt. Er ist ein überaus wirtschaftlich denkender Mann, der immer auf den Fortschritt bedacht ist. Für den Bau der Armee nutzen wir die Rohstoffe, die uns das Land zur Verfügung stellt. Leider haben wir damit einen großen Teil unserer fruchtbaren Äcker zerstört. Ja, ist ja so eine Kleinigkeit. Müsst ihr euch eh nicht um Nahrung kümmern. Okay, warum baut ihr nicht weiter? Ja... Ja... Erik, guck mal, was hier oben ist. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich hab getan, was ihr wolltet. Gut. Ja, Forschung abgeschlossen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Mir fällt auch gerade auf, ich glaub, darüber noch kein einziges Wort gesagt. Dafür, dass es ja auch seine Geschichte ist. Ja, aber es ist halt, wenn alle anderen vollsynchronisierte Voicelines haben. Hat ja Dario auch, aber er kriegt einfach so selten das Wort. Aber Hauptsache, sie haben den zehnten Nebencharakter mit bescheuertem Akzent oder irgendwelchen anderen eigenen Sprechweisen. 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 Wie ihr wünscht, mein Herr. So gut ich kann. In Ordnung. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. 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 So Sichtweite von, von Reibeigenen. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht. Ja. Jawohl, Herr. Ja, Milord. Forschung abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. So, ihr holt bitte die Steine. Ich weiß nicht, ob wir hier... Wobei, hier könnte eine... Ja. Baut das mal. So, Eisen ist hier ziemlich ein Mangelware bis jetzt. Sicher, ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Eine eurer Lehmschächte wird bald leer. Ne, ich sehe aber noch nicht die Option, das mit einem kontinuierlichen Bauen. Eine neue Technologie ist erforscht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Fertig, Meister. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, wo fehlt den Mob noch? Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Ja, okay, dann bauen wir halt noch was. Moment, das ist vor allem Stein, wo ich warten muss. Zeitag. So gut ich kann. Der Bischof läuft sobald beide Lager zerstört. Ah, okay, deshalb war das schon getriggert. Aber dann habe ich den Tribut ja gar nicht gezahlt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt's was, würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett. Aber es ist keins mehr frei. Jupp. Kriegen die beiden auch mal einen Platz an im Wohnhaus? Nein. Nein. Sind ich aber jetzt echt menschenverachtend von dir? Sie wollen keinen. Kann ich doch nichts für. Kann ich, Meister. Kein Problem. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ja. Wenn's denn sein muss. Wenn's denn sein muss. Fertig, Meister. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuhe. Nichts lieber als das. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ne. Mach ich nicht. Ah, stimmt. Dorfzentren sind ja irgendwie eins der Gebäude, wo mal fünf Leute arbeiten können statt vier. Fertig, Meister. Kein Problem. Also ich wusste schon, dass das, dass das, dass das gewollte Verhalten ist, dass der Bischof irgendwann rennt. Aber dass der, dass, ich hatte es noch nicht erlebt, dass er es direkt macht, nachdem ich mit ihm gesprochen habe. Ohne, dass ich den Tribut zahle, weil ich, äh, sonst eigentlich immer erst die ganzen Sachen gebaut habe und dann angefangen habe, die Sachen zu zerstören. So, fünfzig. Ja, für drei Truppen müsste es reichen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Hierfür benötigt ihr mehr Thaler. Ich habe einfach zu gut gespielt. Ja. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie ihr befehlt. Jupp. Kein Problem. Hast du Leonardo schon geärgert? Ich habe es mal gelassen. Ich habe genug von der Synchro-Moment. Ja, mein Gott. Jawohl. Ja, mein Herr. Äh, Dorfzentrum können wir mal aufbauen. Es gibt noch obdachlose Siedler. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Sofort. Ja, man muss mit Leonardo... Leonardo läuft hier irgendwo rum und wir müssen einfach mit ihm reden. Jawohl. Und er fühlt sich davon mega gestört. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wenn du ihn auf dem Web zu oft ansprichst, wird er anfangen, dich zu beleidigen. What? Ich glaube, so weit habe ich es aber auch noch nie getrieben. Wir werden siegen. So gut ich kann. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Ausbau abgeschlossen. Spürt meine Klinge. Jawohl. Ähm, komm, ich will die coolen Einheiten haben. Hallo. Kannst du sie nicht bekehren? Weil... Wieso kann... Hä? Warte, er kann nicht bekehren, wenn sie verängstigt sind? Ein Held ist in großer Gefahr. Ging es noch eine Spur nutzloser? Bekehrung ist ein bisschen tricky einzusetzen. Ja, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich das richtig hinbekommen habe. Der Baum... Wie der Baum war einem Weg. Ja genau, Helios darf nicht angegriffen werden. Deswegen sage ich ja, ist ein Age of Empires Münch in schlecht. Nichts lieber als das. Angriff. Ich hätte freie Sicht auf die Truppe haben müssen. Aber Ruppen... let's auch weiter... Er ist... Ihr werdet an! So, er guckt schon in die falsche Richtung. Der Klick bleibt quasi an den Bäumen hängen. Wie dumm ist das denn? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, die Lehmgrube ist gleich leer. Feinde greifen euch an. Warte, ich will, dass Helias auch die... So, Erik, komm weg da. Tötet mal bitte den Leibeigenen, oder? Das ist mal eine der wenigen Karten, wo die KI so tut, als würde sie irgendwie normal dealen. So, ich will die coolen Soldaten haben. Jo, das hat zwar die Hälfte gibt es zwar nicht mehr, aber... Ein Held ist in großer Gefahr. Ja, große Gefahr, ein Ballisterturm. Einer eurer Lebensschächte ist erschöpft. Auf in den Kampf! Feinde greifen eure Häuser ab. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Mal rüber. Oh, wenn's denn sein Wohl... Er baut einfach noch einen neuen Aussichtsturm. Helias, dein Einsatz. Folge der gerechten Sache und deines Sünden, seien wir vergehen. So soll es sein. Jawohl. Ja, Herr. In Ordnung. Dafür sind wir genau die Richtigen. Macht sie nieder! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. So soll Bekehrung ausgehen. Yep. Bis in den Tod. Ist ein bisschen micro-lastig, aber... Ein Held ist in großer Gefahr. Ich meine, dafür kann man, wenn man Glück hat, ein paar Einheiten haben, die man sonst nicht haben darf. Ich meine... Sorry, aber die normalen Schwertkämpfer sehen so billig aus im Vergleich zu den Bros hier. Nur Mut! Wir werden siegen! Nichts lieber als das. Ich glaube, aber... Kann ich die, ähm... Bekehrten Schwertkämpfer hier... Schwarze Ritter... Ich glaub, die kann ich nicht... Kann ich die auffüllen? Also, wenn ich mit denen zur Kaserne gehe... Weil die Funktion haben sie hier. 50 Taler, 10 Eisen. Also, sie haben auch einen eigenen Preis. Ich find's erstaunlich, dass... Guck mal, die sind so schwarz. Er schluckt das Licht. Sie sind einfach... Das ist komplett lichig schwarz. Elias! Irgendwo wird hier gerade... Ein Turm gebaut, glaub ich. Haben die genug Eisen für Zahnräder? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einer eurer Hilden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Seid gesenkt. Wie viel bringt der Segen eigentlich? Weil... Bei Eriks Fähigkeit sieht man direkt, wie es auf den Angriffswert geht. Aber bei Helias Fähigkeit sieht man das nicht. Er greift sie! 40% Rüstungs-Buff. Okay. Es ist Zahltag. Bis in den Tod! Das macht bei den kleinen Rüstungswerten kaum ein Unterschied, weil der immer abgewandert wird. Ja, das ist... Ich hatte nie das Gefühl, dass diese Fähigkeit so viel bringt. Ich hatte nie immer das Gefühl, dass die mehr Placebo ist. Natürlich. Ja, gern. Folg mir, ihr Weißer. Okay. Nee. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich inzelt? Stimmt, er braucht... Sie müssen ein anderes Ziel schon haben. Also irgendwas, was kämpfen kann. Weil sonst gehen sie immer auf Helias, glaube ich. Andriff! Verzeihigt euch. Ihr werdet angegriffen. Folgt mir in den Kampf! Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich find's auch auffällig, wie schnell man dann doch irgendwann einfach in Rohstoffen schwimmt und sie nicht los wird. Wir kümmern uns darum. Attacke! Ja, gern. Das kann ich. Ihr werdet angegriffen. So gut ich kann. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. In Ordnung. Jawohl. Jawohl. Ja! Wir erledigen das, wie ihr befehlt. Ich tue mein Bestes. Wir erledigen das. Seid unbesorgt. Bluebein hat diesen Skill, hat das auf jeden Fall geskillt, ja. Nichts lieber als das. So, wir müssen hier auf jeden Fall ein paar Ballistatürme bauen. Ich tue mein Bestes. Sonst haben wir nämlich nie Ruhe. Ich tue mein Bestes. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Leert sie das fürchten! Verzeihigt euch, ihr werdet angegriffen. Was wollen die Bergmänner? In Ordnung. Natürlich. Natürlich. Wir kümmern uns darum. Wenn Gott es so will. Wie ihr wollt. Lasst mein Volk in Frieden. Ja. Der Feind attackiert eure Siedlung. Okay, das war außer Reichweite. Alles klar. Attackiert den Bauernhof. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Und dann? Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dachchef Zahltag. So. Ihr baut gleich auch Eisen ab. Wenn Gott es so will. Ja, mein Herr. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, mein Herr. Das kann ich. Jawohl. Das kann ich. So. Macht schneller. Hier gefällt es mir. Euer Dorf wird angegriffen. Ja, dass Helias ein Nahkämpfer ist, verstehe ich auch nicht. Also ja, mit dem Stock. Aber Helias... Wird die ganze Zeit gesagt, ja, er ist ein geistlicher. Er hat dafür die Thronfolge aufgegeben und... Ja, also... Man hat einfach 16 Angriff. Hätte man irgendwie... anders zu lösen müssen bei ihm. Und dann verprügelt er Leute mit dem Stock. Ja. Wie war das bei Spider-Man? Ich musste eine alte Frau mit einem Stock verprügeln. Für Ruhm und Ehre. Wir kümmern uns darum. In Ordnung. Ja, es gibt eine Szene im ersten... Raimi ist Spider-Man. Wo Peter erklärt, dass er zu spät ist, weil er halt noch einkaufen musste. Und er musste eine alte Frau mit einem Stock verprügeln, um... Um die Sachen noch zu kriegen. Ging ums, äh... Thanksgiving-Essen. Ich glaube, wir werden noch einen weiteren Ballistaturm hier brauchen. Geht mal, was da Corona hat, wenn man noch Klopapier haben wollte. Ja, da liegst du nicht falsch. Wieso steckst du denn jetzt den Leibeigenen? Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Ich meine, du soll mir recht sein, dann läufst du weg vom Turm. Wenn's denn sein muss... Ja... Jupp! Fertig, Meister! Okay, das ist zu nah. So, Schießstand. Und ihr geht auch hier rüber und baut Eisen ab. Dann baut ihr nämlich mal ne... Schmiede. Wobei, die brauche ich lieber hier drüben. Fertig, Meister! Fertig, Meister! Ja, ja... Saita! Gebt acht, euer Dorf wird anbegriffen. Wird erledigt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ist das nicht wundervoll hier? Ein Schmied. Ähm, jawohl. Ihr habt euch einfach das Lagerfeuer auf den Gipfel gestellt. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ausbau, Kat! Jaaa! So, Langbögen. Reitschwertkämpfer. Fertig! Fertig! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Natürlich! Das Gebäude ist ausgebaut. Jaaa! Ausbau, Kat! Die sind ja schon wieder fertig. Dann kommt halt die Tür rüber. Die Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, Rüstung verbessern. Feinde greifen eure Häuser an. So viel Aktivität hätte ich mir in der vorherigen Mission gewünscht. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Fertig, Meister. Forschung abgeschlossen. Hier gibt's nix mehr zu holen. Ja, wir können tatsächlich Dunkelscharze-Ritter auch noch selber rekrutieren. Sehr schön. Dort oben im Baum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich tue mein Bestes. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Euer Dorf wird angegriffen. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Na, wir müssen einmal auf noch einen Zahltag warten. Ja! So, da drüben ist Platz. Das heißt, hier bauen wir einen Stein mit. Wir machen jetzt zwei draus. Wir brauchen eh die Steuergelder. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich hab getan, was ihr wolltet. Sofort. Das kann ich. Sofort. In Ordnung. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Eine neue Technologie ist erforscht. Natürlich. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Fertig. Meister. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Hierfür benötigt ihr Metall. Neuer Dorf wird angegriffen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jawohl, in Ordnung. So, hier müsste das Lager sein. Dann können wir eigentlich auch den Rest relativ schnell beenden. Ach, wir hätten auch noch für Eisen handeln können. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt... Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Feinde greifen eure Häuser an. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mache das schon. Natürlich. Vor allem, ich darf noch keine Kirche bauen, obwohl ich die Technologie habe. Das ist auch nicht schön. Also, dann kann man auch gar nicht, finde ich... Die Kampagne will nicht, dass man Kirchen baut. Die haben selber gemerkt, wie bescheuert die sind. Der Herr gebe euch Kraft. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ein Hild ist in großer Gefahr. Für Ruhm und Ehre. Gerr. Angriff. Wie ihr wünscht. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Spürt meine Klinge. Wir erledigen das. Was hat er vor? Attacke wegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Es ist Zeitzeit. Einer eurer Helden wird angegriffen. Angriff! Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Ja, klar. Die fragt sich, was will der hier hinten bauen? Dass die hier einen Turm von nochmal hinsetzen, ist ja eine Sache, aber... So, sonst müssen sie ja nicht hacken. Das stimmt, ja. Ja. Auf in die Schlacht! Auf in den Kampf! Gut, so... Da war er endlich, der Schlüssel zu der verlassenen Basis. Das Tor sollte hiermit kein Problem mehr sein. Stellt die Diebesbande. Ich überlege gerade, kann man Sequence breaken damit jetzt? Jawohl! Der Tag der Abrechnung. Steuern... Das will ich jetzt gerade wissen. Ich glaube, ich habe das schon mal versucht. Ich bin jetzt hier in der Nacht. Das kann ich. Stimmt, hier war noch ein Siedlungsplatz, ne? Den haben wir gar nicht gebraucht. Oh ne, okay, die haben den, glaube ich, selber besetzt. Ich fand's auch weird, dass der nicht besetzt war, der lag ja innerhalb der Stadt noch an. Ich gebe mein Bestes. Äh, muss Nario hin oder geht das gar nicht? Ich würde fast meinen, die gehen davon aus, dass man die Sachen wirklich in der Reihenfolge macht. Dass man erst hier hingeht, dann den Schlüssel holt und dann hier hin. Und dann den Schlüssel holt. Und dann den Schlüssel holt. Oh, ich hab jetzt komplett Leonardo vergessen. Wenn Gott es so will. Welche Version spielst du? Ähm, ja, History Edition auf Gold Edition runtergepatcht. Und jetzt auch noch, äh, mit den MP-Community-Patches. Aber ich hab noch nicht ganz raus, wie, also, die neuen Sachen funktionieren. Weil, es hieß, Leib-Eigene würden dann automatisch weiterbauen. Aber das seh ich noch nicht. Runtergepatcht, sagt er. Ja, ist ja auch so. Sorry, die History Edition war schrecklich. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung. Also, es ist schon, ja, ich, ich, es ist, das kannst du auch keinem erzählen, dass die, äh, dass du so auf eine ältere Version zurückpatchst und damit eine bessere Erfahrung hast. Aber, es ist halt so. Ja, ist gut. Natürlich, wie ihr wünscht. Ich gebe mein Bestes. So, ist Leonardo jetzt hier oben. Ja, gern. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Ja, gern. Ich gebe mein Bestes. Schreib ich, wie sie, wie sie, wie sie sich mit Leonardo's Routine gemacht haben auf dieser Map. Ja, mein Herr. Jawohl. Jawohl. Natürlich. Jawohl. Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja. So, mit dem bloßen Fäusten. So, fahrt. Ja, hallo, Freund. Schaut. Schaut, was ich entdeckt habe. Leider scheint die Maschine nicht richtig zu funktionieren. Es sieht so aus, als ob etwas noch fehlt. Seid so gut, wenn ihr auf euren Reisen etwas entdeckt, so bringt es zu mir. Wir sehen, da war die KI, da war die KI, da war die KI, da war die KI geskirmisch. Das war zum Beispiel von... Es gibt... Das Spiel hat keine KI. Alles, was die KI macht, ist geskriptet. Okay, ich hatte übrigens im Kopf, dass Leonardo die Maschine selber gebaut hätte. Also steht die einfach nur random hier rum? Ja, Herr, sofort. Was wollt ihr? Gewiss nehmen wir uns aus den Städten, was uns zusteht. Wir sind Ausgestoßene und haben kein Recht, in der Stadt zu bleiben. Lasst mich. Ich will nicht mit euch kämpfen. Die junge Raubritterin war schneller verschwunden, als man sie entdecken konnte. Sie verstand es, sich gut zu tarnen. Doch sie lief in die Richtung eines wohl mehr schlecht als recht geschützten Lagers. Es würde sicherlich nicht schwer sein, sie dort erneut zu stellen. Es war das Lager, von dem der Bürgermeister von Barmessia gesprochen hatte. Den Schlüssel würden wir Kerberos-Truppen wohl mit Gewalt entreißen müssen. Nee, also die Wetter-Technologie gab es vorher schon. Das ergibt jetzt auch Sinn. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Soldieren. Das war die große Errungenschaft des vorherigen Königs. Wir kümmern uns darum. Wie ihr wünscht. Wir erledigen das. So soll es sein. Wird gemacht. So soll es sein. Ari war der Flucht müde und ergab sich kampflos unseren Helden. In diesem Moment erreichten Truppen aus Barmessia das Lager. Sie erzählten, sie sei eine gesuchte Diebin und sprachen den Helden ihren Dank aus. Ja, das wussten wir doch schon. Trotz Aris Beteuerung, sie und ihre Kameraden seien nicht verantwortlich für die Diebstähle in Barmessia, nahmen sie sie fest. Als Belohnung für die Übergabe erhielten die Helden ein Kopfgeld, das auf die junge Raubritterin ausgesetzt war. Danke für eure Hilfe. Die Bande hatte dieses merkwürdige Artefakt in ihrem Besitz. Leider haben wir vor Jahren unsere Universität geschlossen. Wenn ihr uns aber hier eine Universität errichtet, könnten unsere Gelehrten sicherlich den Zweck dieses Gegenstandes herausbekommen. Moment, ich dachte, das große Ding von Barmessia ist, dass sie so viele Kirchen und Universitäten gebaut haben. Okay, wir können nicht mit ihm reden. Wir probieren das gleich noch mit Leonardo, wenn die Mission durch ist. Hier lässt er sich gut leben. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Ja! Ja! Zeitag! Wie ihr befehlt! Warte, die Standard-KI in einem Standardspiel ist mehr als nur wenig Skript. Ne, wie gesagt, es gibt kein... so wie ich weiß, wurde ein Erdber der Könige komplett auf eine übliche KI verzichtet. Alles, was passiert in diesem Kampf auf irgendeiner Weise, muss gescriptet werden. Die KI wird sonst nichts bauen. Sie wird nichts angreifen. Ich weiß nicht, ob sie Skirmish mal irgendwann nachgepatcht haben. Aber zu Release, soweit ich mich erinnere, nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht erinnere, nicht. Wir haben das merkwürdige Fundstück analysiert. Ich hab da noch gar keine... nicht aufgebaut. Hä? Das Artefakt ist ein Teil des merkwürdigen Apparates, den unsere Speer vor einiger Zeit in der Nähe eurer Basis entdeckt hat. Am besten übergibt er es an den weisen Leonardo. Er wartet schon an der Maschine. Du kannst jetzt aufhören, dir die Nase zuzuhalten. Ich gebe mein... Ach, schon gar mancher wackere Mann hatte das Wetter zu bändigen versucht. Doch nur wenige haben diese Macht zu edlen Zwecken gebraucht. Einer von ihnen war König Kheron. Doch so kunstvoll der Apparat des Wetters auch gefügt sein mag, ohne den Orb und seine verschiedenen Teile vermag auch er es nicht, einen Wechsel der Witterung herbeizuführen. Doch wer ihn zu führen weiß, vermag trockene Felder und verdorrte Bäume mit Leben zu beschenken und der Ernten Erträge zu nie gekannten Höhen führen. Doch wehe, wenn er in die Hände unwürdiger gerät. Unwetter und Verderben gehen von ihm aus. Mit Brummen und Knarren setzte sich das Gerät von Leonardo in Bewegung. Die Wolken zogen sich zusammen und ein starker Platzregen prasselte auf die verdorrte Landschaft hernieder. Mit den ersten Regentropfen verschwanden auch die Zeichen der jahrelangen Dürre. Neue Pflänzchen begannen zu sprießen und das Land schien stündlich seine Fruchtbarkeit zurückzugewinnen. Die Helden wollten die Regenfälle abwarten und sich dann auf den Weg nach Bar Messia machen. Doch es regnete unentwegt. Wir sind doch schon in Bar Messia gewesen. Das ist weird. Weird. Und inwieweit das Amulett jetzt mit der Wettertechnologie verknüpft ist, weil wir benutzen sie ja die ganze Zeit später, auch ohne dass wir das komplette Amulett haben, ist irgendwie nicht so ganz klar, finde ich. Wir machen noch gerade als Bonus Leonardo ärgern. Lauf doch nicht weg! Ich bekomme wohl wieder ein... Dieser Anfälle! Rübnase! 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 Dummwut! Blödmann! Rübnase! Dummwut! Blödmann! 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 Ein Anfall! So. Das heißt, dass Leonardo Tourette haben soll? Ja! Okay. Dass man so weit treiben kann, wusste ich auch noch nicht. Aber das reicht jetzt auch für heute. Ich muss mal gucken, ob ich Samstag noch streame. Ansonsten war das hier wahrscheinlich der letzte Stream für dieses Jahr. Aber man muss ja nicht warten bis ins neue Jahr mit den Vorsätzen. Deswegen fange ich ja auch hier schon an mit der Vorbereitung für das Erbe der Könige Review. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann spätestens im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Bis zum Abend. Blah hai.